Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPBW. Die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Trek-Unterhaltung. Herzlich willkommen zur 204. Ausgabe von Trek am Dienstag. Eurem und unserem liebsten Star Trek Podcast, der fantastische alte Schätzchen aus der Trek-Historie bespricht. Ich freue mich, dass ich auch heute Abend wieder mit meinem Co-Piloten verbunden bin, mit Simon. Guten Abend, Simon. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer gepflegten Sprechrunde über Star Trek. Trek am Dienstagzeit. Schön. Sebastian, nach dieser, ja, guten Begrüßung, muss man sagen. Also war ja viel dabei. Bis Ende. Frage dich einfach mal, wie es dir geht. Wie geht es dir so? Ich bin ganz schön fertig, weil sich irgendwie die Ereignisse in meinem Real-Life-Job mächtig überschlagen und bin irgendwie ganz unter Strom nach Hause gekommen und bin jetzt erst mal so dabei, mich ein bisschen zu sortieren. Aber wir haben ja schon heute ein etwas längeres Vorgespräch als sonst gehabt und auch ein etwas verrückteres als sonst. Ich glaube, das hat mich jetzt schon so ein bisschen abgeholt. Das freut mich. Und jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich im Kopf einigermaßen klar und freudig, über Star Trek zu sprechen, ja. Und wie geht es dir? Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Ich bin heute so ein bisschen den ganzen Tag schon neben der Spur. Ich weiß auch nicht. Also ich bin nicht jetzt nicht besonders gestresst oder sonst irgendwas, sondern ich stehe einfach ein bisschen neben mir. Deswegen bin ich total gespannt, was das heute alles so wird hier in unserem Gespräch. Natürlich, aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich bin halt nur einfach, ich weiß nicht, ich bin, wie sagt man, mit dem linken Fuß bin ich aufgestanden. Da fällt mir eigentlich, stehe ich eigentlich immer mit dem linken Fuß auf. Weil wenn ich nämlich im Bett liege und dann drehe ich mich so nach links beim Aufsteigen, dann setze ich mich hin und dann setze ich, glaube ich, als erstes den linken. Das linke Bein setze ich auf den. Also ich bin heute auf jeden Fall mit dem anderen Bein als sonst aufgestanden. Was hast du jetzt gemacht? Ist dein Nacken jetzt einiges Genickbrechen? Ich habe so eine Nachdenkpose gemacht. Jetzt hat das mir eben getan gerade. Ich werde alt. Oh je, oh je. Hast du einen Nacken? Ich kann dir noch nicht mal eine Massage verpassen jetzt. Der Krankheitspodcast. Es geht wieder los. Wir haben lange Ruhe gehabt. Stimmt, wir waren lange gesund. Also für unsere Verhältnisse, was total seltsam ist. So wie mitten der Pandemie geht es uns auf einmal besser. Ja, aber es ist nichts Schlimmes. Also bitte nicht das Genickbrechen. Also ich brauche die noch. Und die Zucker brauchen die auch noch. Ne, jetzt geht es auch wieder. Es hat nur gerade unangenehm gezogen. Ich mache mir ein Bier auf jetzt hier. Ja komm, mach das. Ich habe auch eins auf. Ein alkoholfreies wie immer. Ja. Willst du die Marke raten? Ne, da gibt es nichts mehr zu raten bei dir. Ups, da gibt es nichts mehr. Das ist doch eh immer flacher. Ja, das schmeckt mir tatsächlich am besten von allen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, ist doch gut. Ist sehr hopfig, ne? Ja, ja. Genau, schmeckt, kommt im echten, so einem echten Pilzgeschmack, so einem echten herben Pilzgeschmack kommt es irgendwie am nächsten. Und ich mag tatsächlich, ich bin ja sowieso kein, also ich mag schon, wenn schon so ein Bier, so ein helles oder so ein dunkles, da muss ja auch meiner Meinung nach, müssen da Umdrehungen drin sein. Als alkoholfreies Bier ist mir das dann zu süß, zu kuchig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, nur zu, das ist so, wie nennt sich das bei Coca-Cola, was der im Cola-Automat früher immer gemischt wurde? Sirup. Das ist dann so zu sirupmäßig. Ja. Und ja, deswegen mag ich das, ich finde das irgendwie total erfrischend, finde das super. Schmeckt mir sehr, sehr lecker. Ja, super. Ja, so, genau. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Mir schmeckt auch mein Bier mit Schuss aber gut, das tut mir auch gut. Chattrös? Ja, genau, das mache ich demnächst mal, so ein U-Boot, ja. Ja. Aber dann nehme ich ein Weizenbier und dann versenke ich da drin ein Chattrös. Boah. Ich glaube, das ist uns das Ekelhafteste, was man machen kann. Ja, na ja. Na ja, wie war das? Wir waren früher, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ich muss mal eben kurz danach googeln. Früher, ne? Ja. Damals. Da waren wir ja öfter mal in einem Irish Pub. Oh, kommt jetzt diese Autobomben-Story? Ja, die Irish Car Bomb heißt es tatsächlich, ne? Das war, glaube ich, ein Calua. Nee, Moment, das ist Baileys, Irish Whisky und Guinness. Und das kommt ja in so einem kleinen Schnapsglas, kommen die hochprozentigen Sachen, werden in dem Guinness versenkt, ja? Also du tust das in das Guinness rein, dann trinkst du das so auf X. Und das ist eine Car Bomb, tatsächlich. So wird das genannt, ne? Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist natürlich jetzt martialisch der Name, ne? Aber das Gefühl, was du im Kopf hast, wenn du drei von den Dingen trinkst, das kommt eben schon sehr nah. Okay. Als wenn da jetzt irgendwo eine, irgendwer eine Autobombe gezündet hätte. Aber in deinem Kopf. Ja. Am nächsten Tag brennt es dann auch immer noch. Verstehe. Ich bin ja manchmal praktisch, aber auch oft kompliziert veranlagter Mensch. Und deswegen schoss mir gerade der Gedanke durch den Kopf, fliegt einem beim Trinken nicht dieses doofe Pinnchen irgendwie um die Ohren? Nee, nee, nee. Ist das nicht unpraktisch? Das hältst du ja irgendwie, nee, das bleibt da irgendwie drin. Okay. Wir trinken das mal. Irgendwann. Irgendwann musst du da mal durch. Okay. Damit du einmal dieses Gefühl einfach hast. Aber das habe ich jetzt auch schon Jahre nicht mehr. Das ist mir alles das mitzunehmend mit der Hörle. So Sachen. Ja. Aber Guinness auch mit so einem Kaffee-Likör, hast du jetzt gerade beschrieben, und Whisky? War das so? Das ist schon so lange her. Oder war das Null-Whisky oder so? Es war gar nicht eklig. Es war gut geschmeckt. Ich glaube, es war Baileys. Das ist einfach nur, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist, wenn du das, ich glaube, wenn du das so in normaler Geschwindigkeit trinken würdest, dann wäre das unerträglich. Aber so quasi mit einem Zug weg und so ist das so eine interessante Geschmacksexplosion. So habe ich das im Hinterkopf, ja. Okay. Aber ich will das überhaupt nicht hier verherrlichen, also sowas nicht machen da draußen. Das ist ein Schwank, den ich erzähle aus meinen wilden Jahren, nicht wahr? Das ist bestimmt nicht mehr oder weniger lecker, wie wenn Guinness einen O-Saft mit einem Blue Curaçao zusammenschüttet. Du hast völlig recht, ich hätte die Geschichte eigentlich später erzählen sollen. In dieser Folge, ne? Ich habe das jetzt vorweggenommen. Naja. Aber mit Schuss. Soll ich mir schon mal einen Teaser gegeben? Soll ich mir einen Teaser gegeben? Das ist ja auch wieder eine interessante Sache, die wir heute besprechen. Ja, Sebastian, was sollen wir noch sagen? Kurz vorneweg, wir freuen uns auf Samstag, nicht wahr? Jetzt, wenn ihr das hört, dann freuen wir uns sogar ganz besonders drauf. Richtig. Am Samstag wird ja gefeiert, mein Dreck-Burz-Tag. Und für alle, für die ganze Welt zum Hören, wird das am Sonntagabend dann auch in unserem Podcast-Feed erscheinen. Und das wird eine richtig super Nummer. Ich glaube, ich bin, jetzt sind wir ja noch ein bisschen weiter von weg, als ihr, als ihr das hört. Ich bin noch so erfrischend planlos, was das angeht. Und deswegen glaube ich, wird das eine total wilde Nummer, die über Tisch und Bänke geht. Das glaube ich auch, ja. Noch haben wir uns da keine so großen Gedanken gemacht drüber. Das wird sich sicherlich bald ändern. Aber ich bin auch guter Dinge, dass wir jetzt, wo ihr das hört, eigentlich schon viel genauer wissen, was da passiert. Aber auch nicht so genau. Und das ist, glaube ich, das Gute bei uns. Wir wissen ja jetzt auch nicht, was heute zum Beispiel noch so alles passiert. Keine Ahnung. Wissen wir nicht, was da alles passieren kann. Nein, das ist ja immer das Schöne. Bei manchen Folgen hätte ich, Sebastian, da haben wir angefangen zu reden, da dachte ich, die werden wir jetzt mal so durchsprechen. Und am Ende wird das Ergebnis sicherlich hörbar sein, aber das wird jetzt so eine normale Tatfolge. Und dann stelle ich fest, seit Monaten gibt es keine normalen Tatfolgen mehr. Ja. Wir sind auch bei so einer, ich weiß nicht, in der ersten und zweiten Staffel war es noch so, wenn eine Folge kurz war von uns, dann war die irgendwie paaren 80 Minuten. Ja. Und jetzt ist eine kurze Folge von uns paaren 100 Minuten. Das ist auch aufgefallen schon. Ja, es ist mir aufgefallen. Und das, was ich auch weiß, das ist ja keine bewusste Entscheidung. Also Sebastian und ich, wir haben uns nicht da hingesetzt und haben gesagt, so, wir machen jetzt mal längere Folgen. Sondern das hat sich einfach so ergeben. Und da es unser Podcast ist und wir unsere eigenen Editoren sind, müsst ihr uns halt so lange zuhören. Ihr habt keine andere Wahl. Richtig. Doch, ihr könnt ausmachen. Das könnt ihr natürlich. Obwohl es auch geil wäre, wenn wir so ein Signal in den Podcatcher geben könnten, dass das auf jeden Fall komplett gespielt werden muss. Kannst nichts, kannst nicht Stopp machen, überspringen, nichts anderes. Du kannst pausieren, na klar. Ja, wenn du mal um Schacht musst oder was essen oder so. Aber kannst sonst nichts anderes machen. Du musst das sagen. Wenn du dann wieder anmachst, nee. Ja. Nee, so sind wir nicht. Nein, nein. So totalitär und dystopisch. Das ist Dreck am Dienstag. Dass du jetzt so anhören musst, weißt du, die Message der Woche, ja. Sehr schön. Die Botschaft der Woche. Dann machen wir das auch wie bei Clockwork Orange, dass irgendwie so in die Ohren der Zuhörerinnen und Hörerzuhörer kommen so Klammern rein, die auf sein müssen. Indem, wir machen das alles so voll digital wie bei Geordi letzte Woche. In der Mainz-Aislein. Weißt du, du musst das dann dir einfach anhören. Ja. Super. So total super. Komm, lass uns aufhören, über so einen Quatsch zu reden. Und lass uns anfangen mit In Theory. In Theory. Die Episode vom 3. Juni 1991. Wie heißt sie auf Deutsch, Simon? Ja, da hast du mich jetzt kalt. Datas erste Liebe natürlich. Also die heißt, ja, da hast du mich jetzt, Datas erste Liebe natürlich. Das wäre ein lustiger Folgenname, oder? Ja, die heißt Datas erste Liebe natürlich. Ja, die ist ein bisschen sperrig. Ein bisschen sperrig, genau. Nein, Datas erste Liebe. Ja, ein Episodentitel, der ja schon einiges vorwegnimmt. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass man sicherlich darüber diskutieren kann, ob das wirklich seine erste Liebe ist. Werden wir bestimmt auch machen. Worüber man nicht diskutieren kann, ist, wer die Folge geschrieben hat. Und noch über eine andere Personalie diese Woche, Sebastian. Fangen wir mal mit der ersten an. Mit der anderen oder mit der ersten? Such's dir aus. Ich hab dir das ja jetzt offen gelassen. Okay. Pass auf, es geht schon gut los. Es wurde geschrieben von den beiden Executive Story Editors und Staff Writers, Joe Manowski und Ronald D. Moore. So ist es. Und die zweite Personalie, über die ich sprechen möchte, ist der Regisseur der heutigen Episode. Zum ersten Mal sitzt hier nämlich Patrick Stewart im Regie-Sessel. Also der ist jetzt in die Fußstapfen des Jonathan Frakes gestiegen und darf jetzt auch mal Regie führen. Ich will auch mal Regie führen. Ja, richtig. Interessant auch, dass er, so wie auch der Frakes es hatte, als erste Regiearbeit eine Data-Episode abbekommt. Naja, ist ja ein toller Charakter, kann man ja eine Menge mit machen. Ja. Hast du eher so Schauspielerarbeit und nicht so viel außerirdische Sets und Feuergefechte. Genau. Sondern kann sich erst mal auf so ein Kammerstück konzentrieren, ein bisschen. So ist es. Und beide wussten natürlich, dass Brent Spiner einfach einen grandiosen Job machte als Data. Das haben wir jetzt nicht gehört. Was? Stell dir mal vor, wenn der mir auf den Fuß gefallen war. Ja. Wer? War. War. Und ja, also da bietet sich der Brent Spiner ja regelrecht an, denn man hat sich ja auch gut verstanden da auf dem Set. Und da waren sich sicherlich sowohl Frakes als auch Stuart sicher, dass der einen guten Job macht für die. Das denke ich aber auch. Simon, der Ron Moore, der hat bei der Entwicklung der Geschichte in die Geschichte geguckt. Und zwar in die Geschichte von Star Trek. Er hat zurückgeguckt zur Urserie und hat gesagt, ich war immer schon fasziniert davon, dass die ganz frühen Star Trek Fans, die sich richtig organisiert haben und Clubs gemacht haben und Sachen geschrieben haben, dass das hauptsächlich Frauen waren, die Spock toll fanden, die auf Spock flogen. Und da gab es auch so eine Richtung, so in den Leserbriefen mancher Fanzines, so hießen sie ja, wo dann auch ab und zu mal eine Dame schrieb, Spock, der kalte Vulkanier, niemand kann sein Herz erreichen, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich zu ihm durchdringen könnte wie keine andere. Und das haben immer mal so Fans geschrieben, weibliche Fans. Und Ron Moore hat in diesen alten Fanszines geblättert und den hat das fasziniert, diese Idee, diesen gefühlskalten Typen irgendwie zu erweichen. Und da hat es Klick gemacht und ihm ist die Idee zu dieser Episode hier gekommen. Also tatsächlich die Frage, wie man jemanden knacken könnte, der ja noch nicht mal gefühlskalt ist, sondern in diesem Fall ja noch nicht mal Emotionen hat. Richtig. Schafft es also die Liebe einer Frau in diesem Fall, dem Data Gefühle zu verpassen? Das ist hier die Frage. So, so. Ich weiß nicht, ob das die Frage der Episode ist. Das ist auf jeden Fall der auslösende Ideengeber gewesen. Ich kann auch sein, dass er dann während des Schreibens gedacht hat, ich mache das jetzt irgendwie, ziehe das jetzt doch ein bisschen anders auf. Aber irgendwoher kommt ja immer so diese erste Funke und der kam daher. Ja, ich muss auch sagen, als ich die Episode gesehen habe, habe ich tatsächlich auch so ein bisschen an Spock gedacht. Und der hatte ja auch durchaus die eine oder andere Love Story bei TOS. Ich glaube, war es in der allerersten Folge der Uhura-Dance oder verwechsel ich das gerade? Das gemeinsame Musizieren, das war doch der Pilotfilm. Nee, das war, als Charlie an Bord war. Charlie X. Aber früh halt. Charlie X, ne? Ja, oder die Liebesgeschichte mit diesen Pusteblumen auf dem Planeten. Oh ja. Ja, stimmt, das war auch immer so, der gefühlskalte Vulkan, kann er denn lieben, kann er denn Gefühle haben? Und natürlich hatte er Gefühle, aber er hat sie halt unterdrückt. Und hier ist halt die Frage, kann Data Gefühle haben? Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen und haben ja auch beide schon gesagt, dass es da Anzeichen gibt in der Serie bisher, wo man durchaus sagen kann, ja, Data weiß zwar nicht, was Gefühle sind, aber er kann sie nicht als solche erkennen, aber irgendwie hat er sie schon. Also die Veralgorithmisierung der Emotionen, das war jetzt, das habe ich mir jetzt einfach so aus dem Fingern gesaugt, meine Güte. Oder wie Joe Manowski, der andere Autor, als über diese Folge sagte, wollen wir doch mal wieder gucken, wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, ob in Data mehr steckt als bloß der Geist in der Maschine. Oder besser gesagt, gibt es einen Geist in der Maschine? Oder ist es nur die Maschine? Ja, die Folge gibt ja eine interessante Antwort auf die Frage, eine ziemlich eindeutige Antwort auf die Frage sogar, da können wir später nochmal drüber reden. Das ist ja auch ein, ich nehme es ein bisschen vorweg, ein Dämpfer so ein bisschen für mich auch. Durchaus. In der Bewertung, wie weit denn Data tatsächlich ist in der Reise zu seinem Menschheit. Aber wir greifen vorweg, Sebastian, gibt es sonst noch irgendwelche Vorbemerkungen oder soll man rein starten in die Handlung? Eine Frage habe ich noch an dich, die du bestimmt aus dem Bauch beantworten kannst. Kannst du dir vorstellen, Simon, mit welchem Aspekt Moore und Manowski nicht so einverstanden waren, der ihnen aufobtruiert wurde für diese Geschichte hier? Der B-Plot. Ja. Na gut, das wundert mich nicht. Es kam wieder mal die mächtige Stimme des Rick Berman und hat gesagt, ihr könnt nicht einfach nur so ein Drama erzählen mit Charakteren, ohne irgendwie Science Fiction zu machen. Wobei ich dann ehrlich gesagt schon sagen muss, wenn die Frage ist, kann ein Androide lieben, dann ist das schon mehr Science Fiction, als man eigentlich sich wünschen könnte fast, oder? Ja, natürlich, The Measure of a Man, kann man eigentlich sagen, hat ja eine Folge super getragen in der, jetzt habe ich den Namen tatsächlich vergessen, Lull-Episode, das gibt es überhaupt nicht, gerade eben wusste ich noch. The Offspring. The Offspring, meine Güte, danke. The Offspring, ich stehe so ein bisschen neben mir heute, merkst du das auch? The Offspring hat das ja auch wunderbar getragen und ich bin mir auch sicher, dass das hier besser gewesen wäre. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, wenn man diesen B-Plot einfach nicht gemacht hätte, da hätte man dann noch mehr, das Ganze noch feiner ausarbeiten können, das wäre besser gewesen, ja. Wir starten mit dem B-Plot. Richtig, wir starten mit dem B-Plot, Captain Slug. Die Enterprise fliegt in die Mar Oscura, fantastischer Name. Super, ja. Ein bisher unerforschter Nebel aus dunkler Materie. Ich glaube, das war so in den 90ern so ein Wissenschaftsschlagwort, dunkle Materie, so wie in den 70ern und 80ern das schwarze Loch so ein Ding war, was irgendwie die Fantasie anregen sollte und jetzt ist es die dunkle Materie. Super Punkt, ja, Dark Matter, das war halt so das große Schlagwort. Ich glaube, es gab mal später sogar eine Serie, die so hieß, Dark Matter. Mar Oscura, Sebastian, wenn ich jemals eine Death Metal Band gründe, die so technischen, vertrackten, mathematischen Death Metal spielt, dann nenne ich die Mar Oscura. Dann werde ich wahrscheinlich von Obscura verklagt, denn so heißt es eine Death Metal Band, die sehr technisch wie Death Metal spielt. Aber Mar Oscura ist ein toller Name, finde ich, ist mir auch sofort aufgefallen. Es ist gut, dass du Death Metal erwähnst, dazu habe ich nämlich gleich noch eine Frage in ein paar Minuten. Sehr gerne, sehr gerne, diese Fragen beantworte ich sehr, sehr gerne, wenn ich sie denn beantworten kann. Ja, man fliegt da hin, du hast es gesagt, und möchte das untersuchen, diesen großen Nebel. Und das ist jetzt nicht einfach nur so eine kleine Wolke, sondern es ist ein interstellarer Nebel, also ein riesiger Nebel, wo ganz viele Planeten drin sind und andere Himmelskörper. Also fliegt man da hin und möchte jetzt Torpedos umbauen, Photonentorpedos, die man dann irgendwie da reinschießt und dann passieren Dinge, die man dann messen kann. Man möchte ja rausfinden, was in diesem Nebel so passiert. So, und jetzt sind wir im Maschinenraum, in der Torpedo Bay vielmehr, im Torpedoladebereich kann man sagen. Haben wir den schon mal gesehen? Das erste Mal? Das erste Mal, ja. Genau, das ist ja diese, sieht so ein bisschen aus wie so eine überdimensionale Kegelbahn. Und zwar der Bereich von der Kegelbahn, wo die Kugel wieder zurückkommt. Ja, da sind die Torpedos drauf und die verschwinden dann hinten in so einem Loch. Nur kommen die nicht aus dem Loch raus, sondern verschwinden durch das Loch. Und da vorne sitzt der Data und baut an dem Ding rum. Richtig. Jetzt stelle ich mir vor, wie Data, so kennst du das, wenn man bei so einer Kegelbahn, diese Seile, die die Kegel rauf und runter ziehen, wenn die sich ineinander verheddern, dann bleibt das so, dann hat das so einen Schluck auf da vorne. Das kenne ich ja. Und dann muss irgendeiner da hingehen, diese doofe kleine Tür aufmachen, da reingehen und die Kegel wieder entwirren. Und jetzt sehe ich gerade Data vor meinem Auge, wie er das macht. So eine richtig alte Kegelbahn war ich schon ewig nicht mehr. Wir waren mal zwischenzeitlich, ich bin kein großer Bowler, aber gelegentlich gehen wir da mal hin und bowlen im Freundeskreis. Aber Kegeln war ich schon ewig nicht mehr. Sebastian, gibt es das eigentlich noch, so Kegelbahn? Bundeskegelbahn, meinst du? Bundeskegelbahn, ja, mit so einer Plakette, so einem Siegel, Bundeskegelbahn. Ich glaube, doch, das stimmt. Ich war irgendwann mal Kegel, ein ehemaliger Arbeitskollege, der hat immer seinen Geburtstag in der Kegelbahn gefeiert. Und da kann ich mich tatsächlich daran erinnern, an so eine Kegelbahn, aber die war in einem erbärmlichen Zustand, Sebastian. Ja, dann war es keine Bundeskegelbahn. Doch, das war eine Bundeskegelbahn, aber die war einfach nicht gepflegt, die Bundeskegelbahn. Vielleicht hast du dich verlesen und das war eine Bumskegelbahn. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das war wunderbar, das war so ein griechisches Restaurant, da drüber war ein griechisches Restaurant und da war so ein Speiseaufzug. Weißt du, und dann konntest du unten, dann wurde dein Essen aufgenommen und irgendwann macht es so in der Kegelbahn, und dann fuhr dieser Speiseaufzug runter mit deinem Metaxa-Gedöns. Simon, wenn die Pandemie vorbei ist, machen wir einen Kegelabend. Oh ja, oh ja, ich bin sofort frei. Und ich glaube, das jetzt schon prognostizieren zu können, es wird mehr gefressen und gesoffen als gekegelt. Wir machen das trotzdem. Auf und zu geht einfach einer nach vorne und kegelt mal wieder ein bisschen. Oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So ein Kegelabend, ja. So Hausnummern-Kegeln und was es da alles gibt, ne? Gibt ja so Spiele auch, so verschiedene. Ja, 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 Sarg ist ein Spiel. Sarg? Was für ein Kegelbahn wart ihr denn? Echt, Sarg? Das kenne ich überhaupt nicht. Sarg, das Spiel nannten dann manche auch immer Eichen und Strichschen. Wenn wir Kegel gehen, ich bring dir Eichen und Strichschen, Schrägstrich, Sarg bei. Ja, bring mal so eine Kegelfibel mit, wo dann alles drin steht. Hoffentlich können wir das Ding dann auch so programmieren über der Schaltpult. Da freue ich mich sehr drauf, ja. Oh ja, dann konntest du, ach mein Gott. Aber bevor wir jetzt komplett abträgen, das tut mir leid, also Data sitzt da unten, baut an dem Torpedo rum, aber Sebastian, er ist ja nicht alleine. Nein, bei ihm sitzt Jenna, und jetzt habe ich vergessen, wie Jenna mit Nachnamen heißt. De Saurer, Sebastian. Ja, Anson Saurer, genau, so ist es. Genau. Klingt eher wie so ein Bösewicht, muss dann Sauron denken. De Saurer, wie D-White heißt die De Saurer. De Saurer. De Saurer, okay. Ich weiß nicht, ob das D vielleicht stumm ist, aber trotzdem klingt es wie ein Bösewicht. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall sitzen die da und fuckeln an einem Torpedo rum und sie ist nicht so ganz bei der Sache. Und Data fällt das auch auf und sagt, sag mal, hast du irgendwas? Und dann erwähnt Jenna einen gewissen Jeff, dem sie am Morgen mal wieder begegnet ist. Und da hört man zwischen den Zeilen schon raus, dass das irgendwie merkwürdig ist mit der Jenna und dem Jeff. Und dieser Jeff hat sie wohl gefragt, ob sie mit ihm essen geht. Und jetzt erfahren wir, geschickt geschrieben tatsächlich, jetzt erfahren wir, dass sie offensichtlich mit diesem Jeff Arten, wie wir hinterher dann noch gesagt bekommen, in diesem Jeff Arten zusammen war. Und Data gebeten hat, sie daran zu erinnern, warum sie mit ihm auseinandergegangen ist. Also sie hat Data gebeten, sobald sie anfängt, wieder irgendwie was von Jeff zu erzählen und dachte, der hat mich eingeladen und der hat mir Blumen gebraucht oder sonst irgendwas, soll Data sie daran erinnern, was die Gründe waren, dass sie mit ihm die Beziehung beendet hat. Und Data macht das auch auf Data Art, indem er sagt, der hat sich nicht Zeit genommen ausreichend für dich. Der hat nicht auf dich reagiert. Er hat nicht die kleinen Dinge gemacht. Super. Also das aus Datas Mund ist total lustig. Weil Data, glaube ich, gar nicht weiß, was die kleinen Dinge sind, aber er sagt es trotzdem, weil er das natürlich so einfach nachplappert, was sie gesagt hat. Und du mochtest nicht das Geräusch, das er gemacht hat, als er seine Suppe gegessen hat. Naja, das ist ein relativ kleinlicher Grund, eine Beziehung zu beenden, aber sei es drum. Vielleicht hat er fett geschlürft oder so. Ja, aber ich denke, wenn sich, ich glaube auch, dass sowas vielleicht das Zünglein an der Waage sein kann. Wenn sich da alles so aufstaut irgendwie und du jemanden beginnst nicht mehr zu mögen, sondern vielleicht sogar zu hassen. Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Aber kann ich mir gut vorstellen, wenn das halt so ist, wenn du in einer Beziehung bist und du hasst den anderen richtig und dann denkst du dir, dieser Schlürfel, was der immer macht oder der guckt immer so komisch. Ich glaube, das könnte schon so dann irgendwie der Punkt sein, wo dir dann der Kragen platzt. Finde ich schön, dass wir das irgendwie da drin haben. Oh ja, sie sagt dann auch, danke reicht. Und wir erfahren jetzt schon, dass er das schon mehrfach gemacht hat. Und sollen wir das nicht? Nee, nee, mach mal, mach ruhig weiter, Data. Sonst, sie sieht sich also sehr gefährdet, zurück in die Arme von Jeff zu laufen. Das ist eine wichtige Information. Jenna sieht sich gefährdet, zurück in die Arme von Jeff zu laufen, weil sie sich so sehr nach Zweisamkeit sehnt, dass ihr unangenehme Begleiterscheinungen womöglich egal sind. Also ihr ist Beziehung sehr, sehr wichtig und sie ist da durchaus bereit, vielleicht mehr einzustecken, als sie einstecken sollte. Das alles, all das wissen wir jetzt schon so. Das haben sie geschickt, angebahnt, ehrlich gesagt. Richtig, ja, ja, so in diesen ein, zwei Sätzen. Ja, Data ist ja auch tatsächlich, sie findet das süß und er ist auch süß in dieser Szene. Also er ist, er sagt dir das dann auch so auf diese unnachahmliche Data-Art, der hält ja nicht zurück. Der sagt, ich bin dein Freund, also liegt es in meiner Verantwortung, dir beizustehen in Zeiten, in denen du mich brauchst. Und das findet sie halt toll, das merkst du auch, sie findet sich da sehr wertgeschätzt in ihm und sie mag ihn. Ja, sie sagt es auch, glaube ich, ach, Data, du bist so süß. Also ja, so geht das Ganze dann irgendwie los. Zwischendurch erwähnt Data auch noch irgendwie Anne Boleyn und Henry den Achten. Also er hat sich auch echt Sachen wieder durchgelesen, wo man denkt, Data, meine Fresse, ey. Das ist ein Thema so, ne, ja, gerade. Das ist sein Thema. Romantische Geschichten und historische romantische Figuren, ja. Aber jetzt ist schon relativ klar, wo die Reise hingeht. Wir haben eine Frau, die auf so einem Break-Up-Rebound-Kurs irgendwie ist, ja. Und jetzt irgendwie was anderes will als ihren Jeff, aber sie will auf jeden Fall irgendwas. Und das kollidiert mit unserem unbedarften Androiden-Data. Und dass diese beiden Schiffe sich jetzt in der Nacht begegnen, das liegt jetzt auf der Hand. Das liegt auf der Hand, ja. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die Episode Datas erste Liebe heißt. Nochmal vielen herzlichen Dank an die deutsche Redaktion. Ja, ja, in theory ist da dann doch irgendwie. In der Theorie ist passender einfach, ne. Aber da kommen wir gleich zu. Auf der Brücke wird derweil der Torpedo nun abgeschossen. Dieser modifizierte Torpedo, der schießt da in diesen Nebel. Es gibt ein interessantes Farben- und Lichtspiel. Was da genau passiert, wissen wir ja, ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird, aber irgendwas machen die da. Das Ganze wird aufgehellt so. Sieht halt toll aus. Und dann schalten wir wieder runter in den Torpedo-Hangar, wo Jenner und Data aus dem... Bundes-Torpedo-Hangar. In dem Bundes-Torpedo-Hangar, wo Jenner und Data aus dem Bullauge gucken. In den Speiser aufzugucken. Und dieses Schauspiel sich da ansehen. Und ja, es ist so ein bisschen diese romantische Feuerwerksszene. Also, das sieht so toll aus. Als kleines Mädchen sagt sie, habe ich das sowas von geliebt. Dieses Feuerwerk. Und ja, ich finde das einfach toll. Also, man merkt auch hier, Mensch, schön, das auch mit dem Data zu erleben und da rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Kein Problem. Ich bin auch... Diese Überarbeitung macht auch ein bisschen albern. Also, ich bin auch sehr empfänglich gerade für sowas. Also, siehst du mir nach. Also, das ist jetzt eine dieser Momente, wo ich tatsächlich mir manchmal denke, wie wäre das, wenn wir eigentlich so einen Videopodcast hätten. Ja, weil die Zuhörer hören jetzt, dass wir lachen und dass es hier komische Geräusche gibt. Aber sie wissen ja gar nicht, was gerade passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine gewisse Situationskomik auch dann ergeben würde, ja. Ja, auf jeden Fall, es regt die Fantasie an. Ja, gut. Jetzt verabschieden wir uns in den Vorspann nach diesem Knall. Im Übrigens Mutara-Nebel, ja. Also, das ist ja sowas von aus Star Trek 2 gemobst. Bei den Borg haben wir es auch schon gesehen. Da ist die Enterprise ja reingeflogen, um sich mal zwischenzeitlich zu verstecken. Und das ist einfach der gleiche Nebel. Der begegnet uns auch noch mal, mindestens einmal in Deep Space Nine. Das ist halt immer dieselbe Suppe. Sieht aber gut aus. Also, kann man machen. Also, fällt jetzt nicht irgendwie negativ aus. Sieht schon ganz cool aus. Genau. Jetzt, Sebastian, abends. Ja, ein langer, harter Tag ist zu Ende. Da ist Zeit für Kultur. Kultur, an Bord der Enterprise und wir gehen mit. Und wir gehen mit. Es ist natürlich, wie immer, so ein Quintett, das irgendwie klassische Musik spielt. August Huntheid. Entschuldigung, ja. Oder bekommen wir das gar nicht mit, dass es Intent Forward auch manchmal, und jetzt kommt meine Frage an dich, auch manchmal Death Metal Konzerte gibt. Und das bekommen wir nur nicht gezeigt. Ja, ich habe hier tatsächlich in meinen Notizen, wir lesen ja manchmal ganz gerne daraus vor, habe ich hier stehen, Hochkultur an Bord der Enterprise. Weiß, warum nicht mal eine Rockband? Ja. Ja, weil, weiß ich nicht, weil das ist halt, das sind ja sehr weitentwickelte, weit fortgeschrittene Menschen, die wir da sehen und Aliens. Und da erschließt sich dir dann nur noch Hochkultur. Du bist halt, ja, weiß ich nicht, mit was anderem kannst du ja gar nichts mehr anfangen. Du musst halt nur klassische Musik gründen den ganzen Tag. Nein, weiß ich auch nicht, warum man das macht, weil man, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da gibt es kein K-Pop mehr, ja. K-Pop gibt es da nicht mehr. Nee. 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 K-Pop. K-Pop gibt es da nicht mehr. Also gut, aber im 24. Jahrhundert, da hat man halt mal wieder nur so eine Unterhaltung. Es bedarf erst eines Tom Paris, glaube ich, ist es, oder auch eines Julian Bashir, die dann mal so ein bisschen so die Popkultur des 20. Jahrhunderts auch wieder reinbringen und nicht nur diesen, diesen Hochgeistigen. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, Sebastian. Also diese Feierveranstaltung an Bord, der, also im 24. Jahrhundert bei TOS und aber bei TNG, hauptsächlich bei TNG, sind so steife Veranstaltungen, ja. Oder auch Partys, das ist, da denkst du, da denkst du, da denkst du, da denkst du, okay, da ging es jetzt richtig ab. Ja, das war mal eine Party, die den Namen auch verdient. Aber da ist das immer nur so empfangen und man ist immer so ganz kontrolliert, ja. Also das ist auch das, so schrecklich. Also ein bisschen langweilig, diese Typen da alle. Ja, ich stell mir das schrecklich vor und dann auch immer nur Cyrano de Bergerac wird dann gespielt irgendwie und das wäre so angebracht, dass irgendein Fanrich aus der dritten Reihe mittendrin mal aufspringt und irgendwie schreit, ich halte die Scheiße nicht mehr aus, kann man nicht mal was Vernünftiges hier gucken und hören, das darf doch nicht wahr sein. Das würde ich mal gern sehen. Genau. Zum 70. Mal, diese scheiß Shakespeare, ich will nicht mehr, ich mach nicht mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt wieder, ne. Es ist so, Konzert ist vorbei, alle yay, du hast es gesagt, Keiko ist mit dabei in diesem Ensemble und Miles saß so vorne und hat seiner Frau dabei zugehört und dann kommt er auf die Bühne gestürzt und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht, Schatz, es gibt einen Knutscher, so einen richtigen, ein richtiger Knutscher ist das, ne. Dann merkst du, ach, die O'Briens, ne. Doch irgendwie funktioniert das. Und dann gehen sie runter und dann geht die, die Kamera bleibt ja so stehen, ist auch ganz gut gemacht. O'Brien und Keiko verlassen die Bühne und Data und Jonna, Jonna? Jonna, ne. Jonna. Jonna. Und Jonna sitzen da und sie, sie ist so unzufrieden mit sich irgendwie, ne, sie ist total unzufrieden mit sich. Und das Interessante ist, dass sie sagt, also sie schiebt das auf ihre schlechte Spieltechnik. Sie sagt, mein Tempo war komisch, ich hab nicht gut gespielt, aber in Wirklichkeit weiß sie, dass sie okay gespielt hat. Sie ärgert sich darüber, dass niemand zu ihr wie ein Miles auf die Bühne stürmt und ihren Knutscher gibt, ja. Also sie vermisst diese partnerschaftliche Zuneigung und drückt jetzt ihre Unzufriedenheit darüber halt über ihre schlechte Performance aus, über ihre angeblich schlechte Performance. Also hart gesagt, denkst du, das ist Fishing for Compliments? Jonna, ich glaube, die Jonna hat sich schon im Teaser, der ja jetzt vorbei ist, wir sind ja nach dem Vorspann jetzt, hat sie sich schon in den Kopf gesetzt, ich angel mir jetzt den Data irgendwie, oder? Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Darüber kann man sie, glaube ich, streiten. Unbewusst würde ich dir zustimmen, dass das tatsächlich jetzt so in ihrem Kopf wahrscheinlich so der Plan ist, ne, wenn man das so negativ ausdrücken will. Aber ich weiß noch nicht, ob es so bewusst ist. Mal schauen. Nee, ich glaube, auch bewusst ist es tatsächlich nicht, da hast du recht, sie zieht jetzt aber nur Data in Betracht. Das ist, ja. Da könnte jetzt jeder kommen, ne, da könnte jetzt Geordi kommen, tut mir leid, Geordi, aber das ist auch heute mal wieder nicht dein Tag, ja. Das ist so eine schöne Szene, wie Geordi da hinkommt, so. Boah, du hast aber toll gespielt, sagt sie und gibt ihm dann noch so, weiß ich nicht, so einen Drink und geht dann weg. Ja. Und dann siehst du LaForge, wie er da steht, die Kamera auf ihn zugeht und er mit Achsen und Zucken den Drink dann kippt. Von ihr so den Rest, das wäre lustig. Es spielt dann so. Stimmt, ja. Data sagt, ach komm, ja, du hättest da vielleicht nochmal ein bisschen besser boosten können an der Stelle. Ja, da gibt es so ein paar kleine Feinheiten, die du nicht beachtet hast. Er sagt aber auch, das hat das Publikum nicht gehört. Die Leute, die fanden das doch toll. Und da sagt sie, Mensch, Data, du bist aber ein sehr generöse Type. Vielen herzlichen Dank. Harter Schnitt. Halbe Stunde später oder auch zwei Stunden später, man weiß es nicht genau, wir sind immer noch in Ten Forward. Und jetzt sitzen die O'Briens und Data und Jenna zusammen an einem Tisch, wie zu so einem Double Date. Und mich hätte es sehr interessiert, wie das zustande gekommen ist einfach. Du meinst, wie die sich da so gefunden haben oder was und dann miteinander reden. Ja, weil eigentlich ist das ja echt so eine Pärchensituation. Zwei Pärchen haben miteinander einen Abend gehen irgendwie, weiß ich nicht, beim Italiener essen und labern dann da rum. Aber zu diesem Zeitpunkt sind Data und Jenna kein Pärchen. Das heißt, dass das so zustande gekommen ist, muss irgendwie merkwürdig eingefädelt worden sein. Und ich hätte gerne erfahren, wie das passiert ist, ob die Jenna das gemacht hat. Weil dann könnte ich jetzt schon sagen, wie bewusst sie unterwegs ist oder nicht. Aber das bleibt jetzt so ein bisschen offen einfach. Könnte auch nur Zufall sein. Das könnte auch nur Zufall sein, ja. Könnte auch nur Zufall sein. Vielleicht hat Data sich auch dahin gesetzt und wollte mit dem O'Brien sprechen, mit seinem Kollegen. Und dann kam das irgendwie so zustande und Jenna ist dann zu ihm hin. Aber ja, stimmt. Das würde so ein bisschen die Motive ein bisschen deutlicher machen. Wie das alles, das, das auf jeden Fall, das wissen wir nicht. Aber ja, es gibt so, ja, Lovers Talk. Lovers Small Talk. Haben wir hier Pärchen Talk. Und Keiko erzählt eine furchtbar anrührende Moritat darüber, wie der O'Brien seine Socken nicht weggeräumt. Ich würde mich ja schwer bedanken. Echt? Ja, ich würde mich ja schwer bedanken, wenn ich mit meiner Partnerin oder mit wem auch immer, wo bin und dann solche Sachen erzählt. Weißt du, wer sowas macht? Meine Mutter macht sowas sehr gerne. Ja, der Sebastian, der ist halt so und so, macht er immer. Und bei meiner Mutter finde ich das schon nicht so cool und grinse das so weg. Und ich glaube, wenn eine Partnerin oder gar eine Ehefrau das mit mir machen würde, da wäre ich nochmal vier bis sieben Nuancen unbegeisterter darüber. Ja, ich weiß nicht, also so ein bisschen sich so necken, durchaus kann ich schon verstehen. Es kommt halt darauf an, was da erzählt wird. Ja, also die Geschichte mit den Socken, ich glaube, das würde eher ich erzählen. Wenn ich O'Brien wäre, ich würde so mit den Socken räumen mich nicht weg. Wenn das jetzt mein Problem wäre oder so, ne? Ja, ehrlich gesagt hatte ich, das ist auch wieder sowas, das Problem hatte ich noch nicht. Ich verstehe. Dass meine Partnerin irgendwas über mich erzählt hätte, was mir peinlich wäre. Nee, bei Partnerin hatte ich jetzt auch noch nie das Problem. Wie gesagt, naja, vielleicht ist das einfach ein Wunderpunkt. Ja, ich finde die Geschichte an und für sich so ein bisschen, ach der O'Brien und der räumt die Socken nicht richtig weg. Ja. Ja, die finde ich ein bisschen bemüht, diese Geschichte, aber meine Güte. Es endet dann damit, dass natürlich Keiko die Socken immer wegräumen muss und O'Brien sagt, und das macht sie auch ganz toll und dann zwinkert er. Und damit gibt er natürlich so eine Vorlage für den Data, der dann auch erzählt, naja, die Jenna ist, glaube ich, auch relativ unordentlich und jetzt hat Data schon mal angeboten, dass er bei ihr aufräumt und dann wiederholt er das so. Ja, und das habe ich auch sehr gut gemacht. Und dann zwinkert er auf eine Art und Weise, wie es nur Brent Spiner als Data tun kann, nämlich so falsch. Falsch. Es ist so, ach, toll. Da habe ich in die Hände geklatscht vor Freude. So toll war das. Ich finde auch, dass er in der Folge, was das angeht, was diese falschen Reaktionen, diese falsch aussehende Reaktionen, dass er hier nochmal eine Schippe drauflegt, um einfach auch die Andersartigkeit von Data nochmal zu unterstreichen. Ja, und das ist mir auch aufgefallen. Ich fand das einerseits lustig, andererseits tat er mir da auch schon an der Stelle schon ein bisschen Leid und er wird mir noch viel mehr Leid tun im Verlauf dieser Folge. Also da machen die Herrschaften irgendwelche Witzchen und so weiter und er versucht, das irgendwie mitzumachen und versucht, da zu imitieren. Das ist wieder dieses Kindliche in Data auch, so Dinge zu imitieren und sowas. Aber so richtig kapiert er nicht, was er da tut. Ja. Schön, schön gespielt. Schön gespielt auf jeden Fall, ja. Es ist ein bisschen so, wie wenn du, und jetzt fängt es an creepy zu werden, wie wenn du einen Dreijährigen in eine romantische Beziehung verwickeln würdest. Ist das Kindesmissbrauch in dieser Folge? Oh Gott, Sebastian. Also was packst du denn jetzt für Geschutz aus hier? Ich weiß keine Antwort darauf, aber ich glaube, dass man es zumindest mal kurz fragen sollte. Okay, lass uns später darüber reden. Gut, lass uns später darüber reden. Zunächst ist jetzt dieser fantastische Kulturabend beendet. Auf der Brücke ist man jetzt wieder im Arbeitsmodus, schaut sich diesen Nebel genauer an. Und das ist jetzt diese B-Story, die sich entfaltet. Also man findet irgendwie raus, na ja, die Dichte an dieser dunklen Materie ist in diesem Nebel höher als in vergleichbaren Nebeln. Habe ich das richtig verstanden? Ja. So. Irgendwie so. Und es gibt innerhalb dieses Nebels auch so ein paar Klasse-M-Planeten, die man sich anschauen kann. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele Klasse-M-Planeten es doch gibt im Universum, im Star Trek-Universum. Wir hören immer wieder, wie unfassbar selten die Konditionen sind, die hier auf der Erde herrschen, so mit dem richtigen Abstand zur Sonne. Und dann muss das stimmen und das stimmen und das stimmen, damit irgendwie so ein Planet eine Klasse-M-Klassifizierung überhaupt haben könnte. Und da gibt es gleich ein paar in dem Nebel. Ein paar. Ich fühle mich bei ihnen so ungefähr zehn. Dann fliegen wir erst mal zu dem und dann zu dem. Krass. Ja, und jetzt erfahren wir auch später im Laufe der Folge ja noch, was in diesem Nebel vor sich geht. Und dass auch die Planeten davon durchaus nicht gefeilt sind. Und da frage ich mich, wie kann da, wie können die, wie können das Klasse-M-Planeten sein? Das ist eine gute Frage. Wie kann da überhaupt irgendwas in diesem Nebel groß existieren? Ja. Und nicht irgendwie. Da kann ja nichts leben. Also und leben allein schon. Lebensmögliche. Ich glaube, Klasse-M heißt Klasse-M, dass es Leben möglich ist? Oder heißt Klasse-M, dass schon irgendwie sowas wie Vegetation da ist womöglich? Ist das nicht irgendwie Atmosphäre eher? Klasse-M? Oder das ist Leben? Es könnte biologisches Leben supporten, oder? Ja. Klasse-M-Planet. So, schauen wir doch mal, was das ist. Dass der Planet humanoides Leben beherbergen kann. Das sagt mir Memory Alpha zu dem Thema. Okay. Also der kann auch komplett karg und ohne Vegetation und irgendwas sein. Aber dann kann er ja kein humanoides Leben beinhalten, weil die haben ja nichts zu fressen dann. Naja, vielleicht bedeutet das auch, dass du fünf Minuten auf diesem Planeten überleben kannst, wenn du als Gast kommst. Gab es nicht in Interstellar diesen Wasserplaneten, wo die mal kurz waren, in den Christopher Nolan-Filmen, wo dann diese riesige Welle ankam? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Auf dem Planeten konnte er auch nichts dauerhaft überleben, aber die konnten da zumindest ein bisschen rumplanschen. Okay. Aber dann gibt es doch auch noch so viele andere Buchstaben im Alphabet. Also nicht unbedingt Minshara, ja. Später hören wir dann ja, oh, dann gibt es irgendwie Class Y kommt auch mal irgendwann vor. Und ganz schlimm ist Demon. Also Demon geht gar nicht. Das kommt ja dann in Voyager. Stimmt, ja. Aber da laufen sie auch rum in Raumanzügen, wo ich dann auch schon wieder denke, ja, so Demon ist das gar nicht. Normalerweise würde ich mir dann vorstellen, dass das Ding, ja, dass du da auch nicht drauf stehen kannst, einfach. Weil das irgendeine Feuerhülle ist oder eine Gashülle oder sonst irgendwas. Ja, oder alles dir wegkorrodiert sofort. Ja. Jetzt sind wir aber am Abschweifen heute. Naja, egal. Also es sind, mein Gott, das ist nur so eine kurze Szene, Klasse M-Planeten. Lass uns, bist du damit einverstanden, wenn wir jetzt darüber hinweggehen? Bitte. Ja, okay. Ich wollte das Fass auch gar nicht so aufmachen. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt so gekommen ist. Wir sind irgendwie so, Simon, ich glaube, das liegt daran, dass wir beide so ein bisschen fettig sind und gar nicht merken, dass die Episode eigentlich weitergeht. Während wir uns an so Sachen festhalten. Weiß ich auch nicht. Das ist mal wieder eine der anstrengenden Episoden, ja. Ja, schon. Ist egal. Komm, wir machen jetzt weiter. Also, pass auf. Wir fangen jetzt mal von vorne an. Nee, wir fangen nicht von vorne an. Also, wir hatten diesen Kulturabend. Jetzt sind wir wieder auf der Brücke im Arbeitsmodus. Was wir da gesehen haben in 10 vorne ist halt einfach, ja, Jonna. Ich kann mir ihren Scheißnamen noch nicht mal merken. Jonna und... Jonna. Jonna und Data, ne? Da findet jetzt eine Annäherung statt. Und man hat jetzt auch mal diesen Vergleich gesehen zu einem echten Paar, in Anführungsstrichen, wie O'Brien. Ja, die Anführungsstriche machen Kunst da raus. Und Miles und Keiko. So, jetzt sind wir auf der Brücke vor diesem Nebel und wir wollen ja jetzt mal hinfliegen zu einem in dieser Klasse im Planeten. Und jetzt schalten wir auf die Krankenstation. Bam. Ja, was sind eigentlich diese Klasse im Planeten? Nee, Moment. Da haben wir uns ja schon rumgekümmert. Ja. Krankenstatt passiert nicht viel. Beverly läuft rum und will eine Flussrate erhöhen und gucken, ob das was bringt. Wir wissen gar nicht, was sie da macht, aber es ist einfach ein herrlicher Satz. Ich glaube, Beverly hat sonst exakt gar nichts in der Folge zu tun, darüber hinaus. Aber jetzt liegen irgendwelche Instrumente von ihr auf dem Boden, die da nicht liegen dürften, weil die eigentlich auf so einem OP-Tischchen gelegen haben. Und dann können die ja nicht einfach auf dem Boden liegen, hä? Da ist was runtergefallen, ne? So ein Hypo-Spray ist das, glaube ich. Und das ist jetzt schon das erste mysteriöse Vorkommnis an Bord der Enterprise. Der geschulte Star-Trek-Gucker weiß, irgendwas stimmt da nicht an Bord. So, jetzt sind wir wieder bei Jenna und Data. Jawohl, der Knoten ist geplatzt bei Jenna und Data. Super. Und Jenna erzählt jetzt, ja, erzählt Data so ein bisschen von früher, ne? Also es ist schon so eine Vertrautheit zwischen den beiden auf jeden Fall. Es wird jetzt noch so ein bisschen gruseliger, ehrlich gesagt, weil sie erzählt von früher, ja, wir waren mit der Familie, waren wir dann gerne mal campen und haben wir irgendwas gegessen. Und das war schon schön. Und überhaupt, mein Vater ist ja so früh gestorben. Und deswegen waren diese Gemeinsamkeiten immer ein bisschen besonders. Oh. Das heißt jetzt also auch noch, dass Jenna nicht nur auf der Suche nach einer Beziehung ist, sondern dass sie auch, das gibt's ja auch, oder heißt, soll uns das das sagen, dass sie auch einen Mann sucht, der so ein bisschen die Vaterfigur ersetzt, die sie nie hatte. Das haut uns ja jetzt Sachen um die Ohren, diese Folge so, ohne daraus jemals was zu machen. Spoiler, aber Mann, Mann, Mann. Also ich hab das so nicht verstanden, weil ich bin da einfach drüber hinweggegangen. Ich hab das eher so gesehen, ja gut, Jenna erzählt, jetzt hab ich sie fast Diana genannt, Jenna erzählt dem Dater jetzt halt so ein bisschen, öffnet sich so ein bisschen, erzählt halt mehr Persönliches, Privates. Ich hab das jetzt gar nicht so sehr auf sie bezogen, tatsächlich, auf so Charaktereigenschaft von ihr. So wie du das jetzt natürlich formulierst, könnte das natürlich sein, ja. Aber die Folge macht nichts draus. Das ist der andere Punkt. Die macht da wirklich nichts draus, ne. Also von daher, ich würde es jetzt auch vielleicht nicht überbewerten. Was ich wichtiger finde, ist, dass sie zu Dater sagt, du bringst mich zum Lachen. Ich weiß nicht, du bringst mich einfach nur zum Lachen. Du bist so super, du bist eigentlich perfekt. Warum kann ich mich nicht mal in jemanden wie dich verknallen? In Klammern habe ich schon längst. Du bist so perfekt. Und Dater sagt, nein, bin ich nicht. Nee, ich bin nicht perfekt, denn ich habe keine, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, sich so zu verhalten. Ich habe keine echten Gefühle. Und ja, nee, nee, du bist perfekt. Du bist so nett zu mir. Du behandelst mich so gut. Und da habe ich mir überlegt, aber Jenna, das macht der Dater doch mit jedem. Das macht er mit jedem. Sie bezieht das so auf sich. Klar, sie ist jetzt verliebt. Gehen wir mal jetzt davon aus, dass sie verliebt ist in ihn. Sieht vielleicht nicht ganz so klar. Das hatten wir ja vor zwei Wochen, das Problem. Haben wir das da ausführlich geschildert? Aber dass sie jetzt wirklich denkt, ich meine, sie kennt ja Dater nicht nur aus ihren Interaktionen, die kennt ihn ja schon länger offensichtlich. Und sicherlich hat sie auch gesehen, wie er mit anderen ist. Am Abend vor hat sie das gesehen, beim Kulturabend, wie er da auch zu anderen Leuten ist. Und ich finde, das macht sie so ein bisschen dumm, den Charakter. Ich finde sie nicht so sehr dumm, wie mitleidenswert, wenn ich sowas höre, wie sie verliebt sich in Dater, weil er nett zu ihr ist. Das reicht? Oh Mann, wie müssen die anderen Menschen in ihrem Leben alle zu ihr gewesen sein, wenn Nettigkeit ausreicht dazu, dass sie sich verliebt? Und dann hat sie mein Mitleid, auf jeden Fall. Weil dann denke ich, die muss ja echt gelitten haben bisher. Ja, stimmt. Du hast völlig recht. Ich möchte gar nicht negativ über den Charakter sprechen. Es ist tatsächlich eher schade, dass das quasi ausreicht für sie. Also, dass das so der Grund ist. Obwohl ich schiebe das ja bei ihr jetzt und auch am Ende der Folge auf diese emotionale Ausnahmesituation, dass sie von einer frischen Trennung traumatisiert ist und deswegen auch gerade ein bisschen verwirrt ist. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich nach einer Trennung in Anführungszeichen durch den Wind war, auch ein bisschen und gar nicht richtig wusste, was will ich oder wie geht es mir oder hä oder mh. Ja, das bringt Trennung so mit sich, ja. Ja, ja. Und ich glaube, da steckt die jetzt einfach voll drin und bei Data kann ich entschuldigen, dass er dann das nicht weiß oder nicht mitbekommt, dass sie in sowas drin steckt, ja. Und dass er dann sich vielleicht darauf einlässt, auf das, was sie möchte. Aber bei den anderen Charakteren, die ihn später im Laufe der Folge beraten, die ja wissen müssten, was mit der Jenna los ist oder was mit der Jenna vielleicht los sein könnte, dass die eher so sagen, ja komm, mach doch mal, ja. Komm, nicht so nach dem Motto, ja, vielleicht sollten wir erst mal gucken, was mit der Jenna los ist, ja. Das geht nur um Data bei dieser Frage, sollten die beiden zusammenkommen oder nicht, oder? Ja, sag ich gleich was zu. Okay. Wenn wir bei den Beratungsgesprächen sind, tatsächlich, ja. Da können wir da mal ein bisschen noch mal drüber sprechen. Also ich finde das super kompliziert hier. Also menschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen sind immer schrecklich kompliziert. Kriege ich Kopfschmerzen von. Ja, findest du? Ja, finde ich ganz, ist mir fast so rätselhaft, wie es Data rätselhaft immer ist. Okay. Aber ja, ja, schon. Ja, das ist jetzt, ich überlege gerade die ganze Zeit nur, wie weit wir dieses Fass jetzt hier aufmachen. Weil wenn wir da einmal anfangen, dann reden wir in fünf Stunden noch darüber, ne? Und sprechen jetzt über unsere Erfahrungen damit und wie wir das vielleicht bei anderen Leuten wahrgenommen haben und wie man das alles sehen kann. Das Schlimme ist ja, dass diese Folge dieses Fass aufmacht und einem so anbietet und man fast nicht dran vorbeilaufen kann. Deswegen habe ich auch echt, ich fürchte mich auch ein bisschen vor dem Rest der Folge, Simon. Okay, okay. Pass auf, ich kann dazu sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich habe auch gut reden. Also ich bin in einer, wie ich finde, sehr, 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 sehr glücklichen Beziehung. Ja, ich war auch in Beziehungen, die nicht so glücklich waren, die eklatante Probleme hatten. Sogar die eine eklatanter als die andere. Aber, also die Probleme jetzt. Nicht das Gegenstück damals, um das richtig zu verstehen. Aber ich glaube, wenn es wirklich funktioniert, und wie gesagt, das kann ich ja nur so auf mich beziehen und auf meine Erfahrungen. Wenn es wirklich funktioniert und man wirklich ehrlich ist voreinander, wie soll ich es ausdrücken, wenn man voreinander furzen kann, ohne in den Nebenraum zu gehen, um jetzt mal so einfach eine Metapher aus mir rauszuziehen, ja, dann finde ich das alles gar nicht so kompliziert. Dann muss man einfach wissen, dass es sich um zwei Persönlichkeiten handelt, die einfach viele Gemeinsamkeiten haben, auch Unterschiede haben, die mal einen schlechten Tag haben, die mal einen guten Tag haben, die Menschen sind, die Fehler machen. Manchmal sind es gute, wie gesagt, machen sie gute Sachen, manchmal machen sie bescheuerte Sachen, weil sie halt Menschen sind. Und dass man einfach so ein gegenseitiges Verständnis füreinander hat. Und wenn das irgendwie läuft und wenn dann auch noch ein paar andere Variablen stimmen, sage ich mal, ohne da jetzt irgendwie näher drauf einzugehen, weil das kann ja alles Mögliche sein, also je nach Vorlieben und Beziehungen und wie man das leben will, ob man, wie man sich quasi da aufstellt, ob es eine offene, feste, es gibt ja alle möglichen, verschiedenen Ausrichtungen, wie man das so macht. Ob man getrennte Kassen hat oder alles zusammen macht. Ob man der Freundeskreis hat, alles, wenn das alles so eingerichtet ist, dass beide damit gut leben können und dann die Gefühle füreinander stimmen, dann finde ich das so kompliziert eigentlich nicht. Ach, das ist gleichzeitig romantisch und pragmatisch, Simon. So bin ich halt. Super. Ja, finde ich super. Aber hier stimmt es halt nicht. Data weiß nicht richtig, was das alles so ist und worauf er sich einlässt und Jenna tut das aus einer Verletzung heraus, was sie jetzt als nächstes tut. Ja, das stimmt. Ja, womit ich nicht sagen möchte, dass das zwingend eine schlechte Episode ist, weil aus dieser Kombination kann sich ja auch, gerade aus einer solchen von vorne herein verfahrenen Konfliktsituation, kann sich ja interessantes Drama entwickeln. Ich wollte nur sagen, dass diese Beziehung eigentlich von vorne herein unter keinem guten Stern steht und dass irgendwer mal vielleicht hätte einschreiten müssen irgendwie. Das ist richtig und da stimme ich dir absolut zu. Die Folge versucht uns irgendwie hier zu zeigen, sie kommt aus dieser schlechten Beziehung mit diesem Jeff, ja, oder das ist, was heißt schlecht, also nicht sehr erfüllenden Beziehung und dir wird die ganze Zeit hier so eine Art, sie nimmt den Erstbesten, wird hier so uns gezeigt. Da ist halt der Data, der ist halt nett zu ihr, wie du es ja schon gesagt hast und das reicht dann irgendwie und das finde ich auch dramatisch verkürzt. Sie geht also nicht aus einer Art Selbstbewusstsein heraus an Data, den habe ich mir ausgesucht und ja, ich war mit dem blöden Jeff zusammen, aber eigentlich will ich mit dem zusammen sein, weil das Data ist. Ja. Dann wäre es ja okay. Ist es, und jetzt wird meine Frage vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter, ist Data wirklich der Erstbeste oder ist in ihrer Entscheidung, ich versuche jetzt Data zu meinem Boyfriend zu machen, vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke drin, Data ist derjenige, der das geringste Potenzial hat, mich zu verletzen und ich wurde ja schon genug verletzt und mich mit Data in eine Beziehung zu begeben, stellt in gewisser Weise auch einen Selbstschutz dar. Ganz spannender Aspekt, ja, und das könnte tatsächlich sein, dass Data vielleicht harmlos ist, ja, und ich meine das tatsächlich im Sinne des Wortes, ja, harmlos, dass er derjenige ist, der sie nicht verletzen wird, nachdem sie schon verletzt wurde oder so, könnte man so sagen, ja, auch das könnte narrativ sein. Sagt uns die Folge, aber nicht wirklich. Ich glaube, das sagt die uns fast lauter als alles andere, was sie nicht sagt. Ja? Ja, ja, das musst du genauer ausführen. Also woran siehst du das tatsächlich? Es kommt, oh mein Gott, jetzt greifen wir so krass vor. Wir können auch später drüber reden. Es kommt später so eine Szene, wo Data ein bisschen überdreht ist und durchdreht, ja, und das ist für sie sofort Tilt, ja, da ist Data nicht das, was sie erwartet hat, sondern steigert sich in irgendwas rein und dann ist er eben nicht mehr der harmlose Data, sondern irgendwie der Data, der merkwürdige Androiden-Buden schiebt und dann ist ihr das sofort irgendwie Suspekt, ja, wo ich sie natürlich auch verstehe, dass ihr das Suspekt ist, aber das spielt in dieses Narrativ rein, dass sie irgendwie was, ja, so einen Schutzraum einfach nur sucht gerade. Ja, da ist was dran. Da ist definitiv was dran. Jetzt, wo du das so, so sagst, ja, das ist schon so eine Schlüsselszene. Lass uns da gleich mal drüber reden. Okay. Wenn wir an dem Punkt ankommen. Aktuell ist es tatsächlich so, ja, alles wunderbar, ich mag dich total gerne und dann gibt sie ihm ja einen Kuss. Erst auf die Wange und dann sogar auf den Mund. Data einigermaßen verdutzt, ja, aber diese Routinen, die springen halt an und er erwidert den Kuss auch. Es ist jetzt, die fallen nicht übereinander her oder so, sondern es ist einfach nur so ein Küsschen und dann sagt sie, wir sehen, ich gehe dann jetzt mal lieber. Darf ich gehen? Darf ich gehen? Sir? Ja, du darfst gehen. Ja. Und dann sagt sie ihm, glaube ich, auch noch, weißt du das, dass du richtig gut aussiehst? Und dann gibt es nochmal einen fetten Kuss danach. Und jetzt sind seine positronischen Synapsen, sind jetzt irgendwie mächtig verwirrt und wo geht man da als allererstes hin, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist? Na klar, in die Kneipe, wo Geinen gerade, wie ich es vorhin schon andeutete, O-Saft und Blue Curacao zusammenkippt. Sie empfängt Data, der da reinkommt, ich weiß nicht, um wie viel Uhr, denn es ist sonst niemand in zehn vorne, ja, nur Geinen und Data. Er kommt rein und sie sagt, hier, Data, probier das mal. Das ist so ein neuer Mix, den ich gemacht habe. Ja, nimmt er, nimmt sich das Glas, trinkt das und Data ist halt Data, der sagt ihr dann, wenn man Data fragt, was hältst du davon, dann zersetzt er dieses Getränk erstmal in seine chemischen Bestandteile. Ja, und er sagt halt, 87% sind saurianischer Brandy. Das ist völliger Quatsch, weil die das einigermaßen zu gleichen Teilen eingekippt hat und das Blaue ist wohl der saurianische Brandy. Also Data ist, glaube ich, schon schwer verliebt, weil er 50% auf einmal in die Nähe von 87% rückt. Ist das so, dass er nur zwei Komponenten sagt? Sagt er nicht sogar mehr? Ja, es kommt auch noch, also 87% sind saurianischer Brandy, der Rest ist Targmilch und danisianisches Med. Ja, vielleicht ist das ja alles in dem blauen Zeug drin. Ja, möglich. Obwohl, auch dann macht das keinen Sinn. Ja, du hast recht. Das ist komisch. Ja, und Gainen sagt dann, ach so, du willst mir also sagen, das Ding ist zu süß. Ja, ach, naja, weiß ich nicht so richtig, keine Ahnung, überhaupt, Lieutenant DeSora, ich muss dich jetzt mal was fragen, weil ich bin, ich bin neben der Rille, liebe Gainen, die hat mich gerade in der Bundes-Torpedo-Bay geküsst und jetzt weiß ich nicht weiter. Ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige mit meiner kranken Fantasie, aber wie er das so sagt, ja, Lieutenant DeSoro hat mir gerade einen leidenschaftlichen Kuss in der Torpedo-Bay gegeben. Ja. Bin ich der Einzige, dass er irgendwie so ein bisschen versaut findet, was Data da sagt? Ja, wahrscheinlich bin ich der Einzige. Okay, alles gut, weiter geht's. Ja, ach so, sagt Gainen, und jetzt? Und er sagt, ja, ich weiß nicht, die ist ja ein super Offizier und so, naja, du musst mir schon sagen, was du von ihr so persönlich hältst, weil mein lieber Freund und Kupferstecher, die will da ja jetzt was anbahnen mit dir. Ich verbringe gern Zeit mit ihr, aber ich brauche Rat, ich weiß es nicht, ich bin halt ein Androide. Ja, genau, ne, ist ganz interessant, wie er sie einfach erstmal so beurteilt, ne, wie sie so ist, guter Lieutenant, aber theoretisch nicht so ganz auf der Höhe, aber eigentlich ganz nett und so, aber ich, ich glaube, er sagt sogar, ich freue mich, mit ihr Zeit zu verbringen, ne, also da ist ja auch schon so ein bisschen was drin, dass er das gerne tut, wie du schon sagst, ne, ja, Gainen sagt ihm, hör mal, ich kann dir aber keinen Rat geben, denn das ist ja das Spannende dabei, ne, also Leute, die sich auf so eine Beziehung einlassen, die müssen schon selber herausfinden, was da funktioniert und was da nicht funktioniert, das ist übrigens ein Satz, den kann ich fünfmal unterstreichen und mit zehn Ausrufezeichen kann ich den versehen, denn egal, was dir die Leute alles an guten Ratschlägen geben, du machst die Fehler trotzdem, ja, du trittst trotzdem in die Fettnäpfchen, du machst das auch immer wieder, das muss man einfach selber lernen, irgendwann. Ja, und wie so oft sagt die Gainen, kanzlerige Sachen als der Kanzler. Ja, das stimmt, Data sagt, ich bin aber doch nicht in der Lage zu lieben, wie soll ich denn da eine Liebesbeziehung eingehen und Gainen hat da einen geilen Satz, die sagt, naja, dann wird das aber schon eine einzigartige Erfahrung für dich. Ja. Mit anderen Worten, das ist mir egal, du musst ja jetzt trotzdem durch. Richtig. Ich sag dir da nichts weiter zu, du bist auch schon erwachsen, ah, da haben wir es jetzt, es ist nämlich kein Kindesmissbrauch, weißt du? Stimmt, ja. Nee, das ist es nicht. Data ist ja auch ein Offizier, also von daher streichen sie das, aber er ist schon sehr kindlich, von daher ist es ein bisschen komisch, dass man sich an ihm vergreift, ja, es ist, vergreift in Anführungszeichen. Es ist schon ein bisschen, wenn man das negativ sehen will, das Ausnutzen seiner Naivität, von Seiten de Soto. Ja, ja. Ne, also, dass die das auch so ein bisschen, aber ich glaube nicht, und sie wird ja nicht antagonistisch dargestellt, also, sie ist auch, ich glaube auch, wie gesagt, nichts von dem, was de Soto hier tut, ist wirklich berechnend. das glaube ich einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht. Die Sachen, die du ihr zu Recht auch so ein bisschen vorhältst, warum sie das so macht und wie sie da reagiert und so, ich glaube, das ist alles unbewusst. Ich hätte das halt viel lieber erforscht, ja, das wird uns vieles hier rätselhaft gelassen in dieser Folge und wir müssen spekulieren, was jetzt so die persönlichen Beweggründe sind. Das ist richtig. Und man hätte uns viel mehr darüber sagen können, wenn man nicht am Ende zehn Minuten damit verbringt, dass die Enterprise aus diesem Ding da rausfliegen muss, weißt du? Das klaut der eigentlichen Handlung Zeit, Zeit, die sie gebraucht hätte, um Tiefe noch da reinzubringen, nach denen meine Fragen jetzt gerade schreien. Das ist richtig, ja. Das ist absolut richtig. Der vermalledeite B-Plot, Sebastian. Dieser vermalledeite D-Plot. Ja. B-Plot. Ja, D-Plot. Ich sage schon D-Plot, weil eigentlich ist es ein Z-Plot. Jetzt geht der Data nach Hause, in sein Quartier und dann kommt der Geordi um die Ecke. Schön, ich freue mich, Geordi zu sehen. Es ist immer wieder gut, Geordi zu sehen. Das ist einfach gut. Da ist er. Und ich meine, das ist überhaupt nicht ironisch oder so. Es ist toll, Geordi zu sehen. Geht gleich die Sonne auf, so ein bisschen. Geht richtig zum Laforge, der Geordi heute, ne? Der geht heute richtig zum Laforge. Der hat sogar noch eine Katze dabei, Sebastian. Was kann man denn da alles falsch machen? Nichts. Er hat Spot auf dem Arm. Mensch, Data. Katze, hast du mich sofort am Wickel. Ja, geil. Katzen sind super einfach. Ich bin, wie du hast schon mehrfach gesagt, eher ein Hundemensch, aber ich mag auch Katzen. Weißt du, das finde ich auch super. Jetzt bringt Geordi die Katze vorbei. Guck mal hier. Die habe ich gefunden, da hinten im Gang, ganz weit weg. Wie kann das denn sein? Sag mal, hast du die Tür offen gelassen? Das geht doch gar nicht. Ich war da jemand in meinem Computer, war jemand in meinem Quartier in den letzten zwölf Stunden, außer Geordi. Nein. Okay. Na gut, müssen wir mal später mal gucken. Und dann kommt Data aber gleich zum Eingemachten. Er fragt Geordi, Geordi, soll ich eine Beziehung mit der Jenna anstreben? Und Simon, da fragt er den Richtigen, ja? Ja, das ist, aber ich finde schon geil. Das ist lustig. Wie Geordi hier überhaupt nicht auf dem Laufenden ist, so, ne? Hä? Jenna? Ist sie nicht mit Jeff Arten zusammen, ne? Und da erfahren wir auch den Nachnamen vom Jeff an der Stelle. Ja, nee, 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 ist sie nicht. Und jetzt will die irgendwie was von mir. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach eine Beziehung mit ihr eingehen? Und dann setzt sich der Geordi erst mal da hin und sagt, ha, hm, ist schon ein bisschen komisch, das, was wir ja auch angesprochen haben, ne? Kommt ja gerade aus einer anderen Beziehung, gerade frisch raus aus einer anderen Beziehung. Allein, das habe ich auch schon, solche Situationen habe ich auch schon gehabt, das muss jetzt nichts heißen, aber trotzdem sollte man das im Hinterkopf behalten, ne? So, und jetzt in eine neue springt. Das, wenn man nämlich aus einer blöden Situation rauskommt, aus einer blöden Beziehung rauskommt, das kann schwierig sein, das kann kompliziert sein, das kann auch für dich Trouble bedeuten, mein lieber Data. Oh, 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 da ist aber irgendwas. Also, hm, ich weiß ja nicht. Und Simon, unser romantisch glückloser Geordi, ja? Unser Geordi, der sich immer schwer tut mit den Frauen, ist, finde ich, derjenige von Datas Freunden, der ihm den besten Rat gibt in diesem Moment, nämlich, ui, 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 oh, mit dem Jeff und oh, 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 hm, hm, hm. Ja, aber trotzdem, ich denke schon, dass, ja, das sollte man im Hinterkopf behalten, aber wie gesagt, ich habe das schon mal erlebt, ich möchte ja jetzt nicht Details ausplaudern, aber ich bin auch schon in Beziehung gekommen, vielleicht bin ich ja direkt aus einer gekommen und in eine neue rein, oder es war umgekehrt, spielt ja auch keine Rolle und es hat funktioniert. Also von daher, ja, das muss jetzt auch nicht was Negatives sein. Wichtig ist aber der Punkt, den Geordi sagt, das muss man im Hinterkopf behalten. Nur, Sebastian, das ist doch auch ein Rat. Ja, der ist vielleicht der Beste von allen, die er kriegt, aber mit dem kann doch Data nichts anfangen. Was soll denn damit anfangen? Data kann doch überhaupt keine Nuancen erkennen dabei. Für Data ist die Frage, soll ich oder soll ich nicht Hilfe? Ja. Geordi müsste sowas sagen wie, weiß nicht, guckt dir mal Manhattan von Woody Allen an oder irgendwie sowas. Sowas müsste er sagen. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht ist das jetzt auch, der Film jetzt nicht der beste, nee, gar nicht wahr, Manhattan, ich habe jetzt den Film verwechselt, Annie Hall soll er sich angucken von Woody Allen. So, ja, ich glaube, das wäre schon ein guter Rat eigentlich. Auch wenn Woody Allen mittlerweile eine etwas umstrittene Person ist, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das steht auf einem anderen Blatt, ja. Ja, gut, also das ist der erste Rat. Und jetzt ist der Data ja in dieser Ratsspirale quasi, ne? Und wir waren gerade bei Geordi, jetzt geht es Stufe höher oder tiefer, je nachdem, wie man will, zu Troy. Denn Geordi sagt ihm ja, ich gebe dir folgenden Rat, rede mit jemandem, der dir einen Rat geben kann, weil ich kann das nicht. Also Geordi ist auch erfreulich selbstkritisch an der Stelle. Das ist richtig. Diana hingegen sagt dann nur so Sachen wie, ja, im Gegensatz zu dir, Data, ist sie eine echte Person und da muss man auf die Gefühle achten. Und du darfst nicht einfach nur Sachen imitieren. Das wird dann schwierig. Und das finde ich ein bisschen unnett dem Data gegenüber, weil Diana eigentlich Data in seinem Androiden-Sein sofort herabwürdigt, indem sie sagt, ach, mit einem Menschen willst du dich jetzt einlassen, ja? Ach, mit einem Menschen. Oh, Diana. Ich finde auch, dass Diana hier sehr scharf irgendwie rüberkommt und total unfreundlich, ne? Marina Sirtis spielt das auch mit so einem Nachdruck. Data, das ist jetzt ein Mensch. Pass mal auf, dass du die nicht verletzt. Das ist nicht eins deiner dummen Experimente. Das sagt sie nicht, aber sie sagt, das ist kein Experiment, ja? Und das finde ich schon ganz schön. Das würdigt auch diese ganze Sache mit Lal für mich herab. Ja, richtig. Ja, komm, der ist Roboter-Mädchen, was er sich da gebaut hat, ne? Ja. War egal. Da habe ich gelacht. Das fand ich lustig in dem Moment, ja? Da habe ich Data ermutigt. Aber Moment, jetzt will er was mit der Jenna anfangen. Oh, 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 oh. Ja, das ist, ist Diana eine, wie heißt das, wenn man rassistisch gegenüber von, Maschinenwesen ist? Gibt es da für eine, ist man dann Elektrophob? Wo ist L, wenn man sie braucht? Die können uns das bestimmt sagen. Glaube ich aber auch. Robotophob. Robotophob ist Diana ein bisschen, ja. Androphob. Gibt es das Wort? Obwohl Andro heißt doch wiederum. Ja, eben. Was anderes. Ich muss das jetzt rausfinden. Oh Gott. Ja, Androphobie. Frauen mit Androphobie weichen jeglichem Kontakt mit Männern aus. Nein, Sebastian, das ist es nicht. Das ist schon mal nicht. Dann google mal nach Robotophob. Angst vor Robotern. Das gibt es tatsächlich. Okay. Aber. Kann ich auch verstehen, ja. Da gibt es, gibt es, warum gibt es da keinen Fachbegriff? Angst vor, das müssen wir alles rausschneiden. Angst vor Roboterliebe, gibt es dir jetzt einen. Phobiefach. Das lasse ich drin. Das ist die Automatonophobie. Das ist die Angst vor Puppen, Wachsstatuen, Robotern, Automaten, Statuen und anderen Gegenständen, die vorgeben sollen, Wesen mit Gefühlen oder Wahrnehmungen zu sein. Und das definiert Data. Data gibt doch vor, Gefühle zu haben. Mhm. Aber eigentlich sind es ja nur so eins plus eins gleich Wurzel aus I. Hängt dann das an Kenny Valley dran, an dem, was du gerade benannt hast, an dieser Phobie? Ja, schon, aber eine Phobie ist ja viel stärker eigentlich, ne? Ja. Es gibt auch die spezifische Angst vor Puppen, das ist die Puppaphobie. Und dann gibt es die Animatronics-Phobie oder Animatronik-Phobie, der Angst vor mechanisch, pneumatisch, elektronisch gesteuerten Puppen beziehungsweise Figuren. Das heißt, wenn du in der Star-Gala im Phantasialand gesessen hast und da schreiend rausgelaufen bist, dann hättest du, wäre das ein klarer Fall von der Animatronics-Phobie gewesen. Komm, dich heilen wir jetzt, dich ketten wir in der Silbermine an. Und dann färbt wir. Oh Gott. Gibt es alles nicht mehr, Silbermine und. Nee, ist schade. Schade. Star-Gala, die Star-Parade, wie hieß es? Star-Parade? Dieses Puppentheater am Eingang in Alt-Berlin. Gegenüber von der Scala. Nee, hieß das Scala? Ja. Das ist, krass, jetzt sind wir beim Phantasialand. Das ist die eine Attraktion, wo meine Eltern immer gesagt haben, das lohnt sich nicht, da gehen wir nicht rein. Da war ich als Kind nicht drin. Was? Die ist toll gewesen, das war eine richtig geile Puppenshow. Ach Mann, ey. Gibt es bestimmt noch Videos von, irgendwo auf YouTube. Ja. Ja, aber Phobie ist ja auch irgendwie falsch. Oh Gott. Ja, sie ist autom, sie wäre automatonophob. So. Ja. Bauch, ob ich jetzt einfach mal. Also Diana ist irgendwie, sagt irgendwie, die können jetzt noch keine Liebesbeziehung, also sie findet das fishy irgendwie. Riker zeigt direkt mit seinem Körper, was er davon hält. Unser Bill sitzt nämlich in der Observation Lounge und hat die Füße oben. Das sagt alles. Er sieht das komplett gelassen. Ja, macht doch. Können lustige Sachen bei entstehen. Ist so irgendwie sein Fazit, ne? Sag doch, hör mal, mach es einfach. Es gibt immer Risiken. Das kann immer in die Hose gehen. Das weiß Jenna auch. Ja. Also er sieht das komplett anders als Diana, interessanterweise. Sie weiß, dass das auch in die Hose gehen kann. Sie hat es mit Jeff erlebt und dann sagt Riker was. Also ich bin ja, ich bin ja voll Team Riker hier. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin sowas von Team Riker. Bei diesem Worf haben wir unterschlagen. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Oh ja, oh ja. Ja, der kam ja davor, kurz davor. Aber ich bin sowas von Team Riker. Ja, das kann in die Hose gehen. Aber fuck it. Ja, YOLO. Da muss man seinem Herzen auch mal einfach folgen. Denn Riker sagt auch richtig, die Belohnungen sind viel größer als eine einfache Freundschaft. Und wenn es funktioniert, dann ist das ja wundervoll. Gesagt, getan. Ich glaube, das ist auch das, was dann den Data schon fast davon überzeugt. Aber Worf, richtig, du hast recht. Wir haben Worf auf der Brücke unterschlagen. Der sagt nämlich, Klingonen erobern einfach. Aber er muss aufpassen. Also, Lieutenant de Sawyer, die hat ja hier die Photonentorpedo irgendwie. Das ist ja mit Waffen und so. Die ist unter meinem Kommando. Und dann spielt er sich so als der Papa auf. Wenn die misshandelt wird, dann hat der Arscherberg Kirmes meinen Freund. Worf hat ein paar tolle One-Liner in der Folge. Man muss sowieso den Humor ein bisschen loben. Es gibt ein paar echt schöne Szenen in der Folge. Und im Englischen ist das richtig toll, wie er dann am Anfang sagt, Klingonen, ja, wir suchen keine Beziehung. Wir erobern sie. Und dann will Data schon so weggehen. Und er hält Data fest und sagt, allerdings ist Lieutenant de Soto in meinem Team. Wenn dir was passieren würde, und er sagt dann auf Englisch, I would be very displeased, sir. Diese Pause. Und Data dreht sich ja nochmal um und guckt ihn an und sagt, I understand. Ja, er macht so ein bisschen diese Papa-Rolle. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, die beste, ich finde die beste und lustigste Reaktion hat eigentlich der Jean. Denn Data nähert sich ihm. Und jetzt hat sich das auf dem Schiff schon rumgesprochen. Irgendwie. Und der Pika weiß genau, welche Frage jetzt kommt. Und der sagt einfach, auf gut Deutsch sagt er, komm, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ja, es wäre besser gewesen, wenn er das gesagt hätte. Er sagt nämlich tatsächlich, sobald ich mal einen Weg gefunden habe, habe Frauen zu verstehen, dann werde ich es dich wissen lassen. Und Sebastian, das ist die intellektuelle Variante von Mario Barth. Ja, richtig. Die, die wir hier hören. Und dafür würde ich dem Käpt'n mal schön einen auf die Glatze geben. So, putsch. Ja. Weil das eigentlich ist, eigentlich nicht so, das ist, das ist, das ist eigentlich unter seinem Niveau. Und das ist auch kompletter Blödsinn. Was? Die Frauen, man kann die Frauen nicht immer verstehen. Ja, dann guck halt hin. Versuch's. Dann wirst du sie verstehen. Weil so kompliziert ist es noch auch wieder nicht. Ja. Ich verstehe nur Shakespeare. Naja. Das ist immer so eine Aus, das regt mich auf, das ist immer so eine Ausrede. Ach, die ist wieder so sauer, die Alte. Ich verstehe nicht, warum. Ja, geh mal in dich. Meistens wirst du da sehr schnell den Grund finden, warum die gerade sauer ist. So. Ja. Fertig. Sorry. Ja, das ist richtig. Der ist ja vernagelt einfach. Gut, der hat, der hat halt keinen Bock, ne? Und lässt sich dadurch jetzt dazu hinreißen, Scheiße zu erzählen. Ja. Ich nehme es dem auch nicht wirklich übel, das war nur mal so ganz kurz. So, er möchte einfach nicht darüber reden. Das stimmt. Und in den Jahren, 90ern fand man das vielleicht auch super witzig noch. Aber gut, jetzt hat Data, ja, von all seinen Freunden hat er gehört, ne? Was soll ich tun? Und Sebastian, jetzt hat er sich entschieden, ne? Jetzt hat er sich entschieden, geht zu Jenna und jetzt geht diese Szene los, in der Data, Data ist der versucht, romantisch zu sein. Es kommen zwei Szenen hier drin vor, wo Data versucht, romantisch zu sein. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber in dieser Szene ist er halt der ungelenke Data. Kommt stocksteif mit Blumen rein, erzählt irgendwie hochwissenschaftlich was davon, wo die wachsen und so. Und sagt auch so Sachen wie, ja, diese Blume, die hat mir Commander Riker empfohlen. Und dann sagt er wieder sowas, von dem er gar nicht weiß, was es bedeutet und dass er das eigentlich nicht sagen sollte. Der hat nämlich gesagt, dass diese Blumen für ihn in der Vergangenheit schon funktioniert haben. Das ist wirklich sehr lustig. Das ist lustig. Wie er einfach wie so ein Derwisch durch dieses Quartier läuft. Auch ein bisschen was aufräumt sogar noch. Ja, was zusammen. Und hier, ah. Setzt er sich auf ihren Sofa, ja, nachdem er noch Platz genommen hat. Und sagt das. Und dann streckt er einfach die Arme aus. So, jetzt geht's weiter. Also für ihn läuft da tatsächlich ein Algorithmus ab. Ja. Und sie sagt sich, ach so. Okay, du hast sie jetzt nicht. Aber, und jetzt wird sie, und da ist sie auch mal reflektierter und stürzt sich nicht sofort auf den Data, wie man jetzt bisher so das Gefühl hat, dass sie sagt, Moment, 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 Moment. Ich komme mir hier vor, wie in so einer variablen Gleichung, wie das X einfach nur, ja. Und du bist ja auch ein Androide. Das will ich jetzt aber auch nicht sein. Und er sagt, nein, ich habe für dich eine ganz spezielle Subroutine geschrieben und ganz viel von meinen Rechenressourcen verwende ich jetzt darauf auszurechnen, dass es dir gut geht. Und das ist ja schon mal nett. Aber das, was Jenna darauf entgegnet, das ist schon, da tut sie mir schon wieder unfassbar leid, Simon. Es wirkt fast wie ein Gag. So unglaublich ist das. Sie sagt, das ist das Netteste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Die Arme. Also wirklich, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Der ist ein sehr, ist genauso tragischer Charakter wie der Data in dieser Folge. Die Jenna. Was hältst du davon, wenn ich das mal einfach in den Raum puste? Ja, sie sind tragisch, aber beide lernen etwas dazu. Am Ende. Ich glaube, die setzen sich, bei Data wirkt das am Ende so ein bisschen anders, aber ich glaube, die setzen sich beide nach dem, was dann passiert, für so ein paar Tage hin, lassen sich das mal auf den Hirnwindungen oder auf den Synapsen oder auf den Positronen zergehen und dann sind die klüger über sich selbst auch und über den Rest der Mensch- und Androidenheit, oder? Jenna auf jeden Fall, ja. Ob Data weiß, was da passiert ist, weiß ich nicht. Müssen wir gleich drüber reden. Jedenfalls, das Ganze führt zum Erfolg, wenn man das so nennen will. Ja. Die beiden fangen an zu knutschen und mehr sehen wir nicht, aber wahrscheinlich ist jetzt die Freundschaft vollzogen. Auf mich machen die beiden ja so einen unschuldigen Eindruck, dass ich denke, die haben keinen Sex bis zum Ende der Folge. Aber das kann Data doch. Das haben wir doch in der ersten Staffel schon gesehen. Ja, aber ich glaube, das ist hier eine andere Beziehung einfach. Meinst du wirklich? Ich habe das Gefühl, dass Jenna dieses Bedürfnis gar noch nicht wieder hat. Ja. Und Tasha, die war in diesem Moment nicht nur betrunken, sondern sie war auch so ein bisschen mehr easygoing und hat gesagt, ich will jetzt mit irgendwem ins Bett hüpfen und meinetwegen mit Data. Und ich glaube, das ist bei Jenna einfach nicht gegeben an dieser Stelle. Überhaupt irgendwie. Ich glaube, die will jetzt einfach nochmal irgendwo ankommen, gern gehabt werden. So mal einer Blüte, Blumen mitbringen und alles andere, was irgendwie weiterführt, das können wir dann machen, wenn die Wunden so ein bisschen besser verheilt sind, oder? Es wird auf jeden Fall nicht gezeigt in der Folge. Also spricht halt nichts für meine Theorie. Okay. Man kann ja auch Trost in der Erotik finden. Aber ich weiß, aber ich kenne Jenna. Ich kenne Jenna. Das habe ich jetzt auch so gesagt. Aber ich kenne Jenna nicht gut genug dafür, Sebastian. Ja, das kannst du dir auf Sinnspruch auf so Spüllappen häkeln lassen. Man kann auch Trost in der Erotik finden. Nee, weißt du, was ich mache? Ich mache so eine Schablone und dann mache ich mir das an eine Wand. Weißt du? So eine weiße Raufasertapete mache ich erst und dann mache ich mir schön so einen Spruch dahin. Ich mag ja so, also, auch das ist eine persönliche Präferenz von mir, aber ich bin ja nicht so ein Freund von sowas. Von so. Ich finde das schrecklich. Von so, ähm. Carpe Diem. Das sind so diese Carpe Diem Leute, weißt du? Ja, ist ja okay, wer das mag und so. Ich möchte, ich möchte ja auch nicht urteilen über sowas, aber in meinem Fall ist es nicht. Aber ich stelle mir das jetzt trotzdem vor, wie dieser Spruch, man kann auch in der Erotik Trost finden, so als Wandtattoo bei dir im Büro ist. Ja, ich weiß nicht. Du sitzt davor und arbeitest ganz normal und ich möchte ganz unbedarften Leute, Praktikanten, Geschäftskontakte kommen in dein Büro rein und dann steht da das. Fände ich fantastisch. Dann wäre das Eis, entweder wäre das Eis sofort gebrochen oder du hättest das perfekte Wandtattoo gefunden fürs Büro, was ich brauche, nämlich, dass Leute gar nicht erst zu einem reinkommen, sondern auf dem Absatz kehrt machen und wieder rausgehen und nichts mit einem zu tun haben wollen und man seine Ruhe hat im Büro. Das wäre ein Versuch wert, ja. Ich habe die Hanna vorhin tatsächlich groß ausgedruckt. Bei mir hinten schreiben sie es auf, ich kümmere mich später darum. Das ist gut. Das ist ein sehr guter Spruch, ja. Das ist auch besser. Ja, also, was ist das für eine Folge, Sebastian? Hier. Eine anstrengende. Ich weiß noch nicht mal, wie ich sie finde, ehrlich gesagt, bisher. Muss ich mal sagen. Also, pass auf. Jetzt passiert etwas oder es passiert nichts, jedenfalls sind Data und Janna jetzt ein Paar. Derweil ist man beim Klasse-M-Planeten auf dem Weg zum Klasse-M-Planeten. Man ist, man ist überhaupt noch nicht angekommen. PK läuft in seinen Ready-Room und guckt auf seinen Schreibtisch und sofort fällt dem Käpt'n wie dem Zuschauer auf, der ist ungewöhnlich leer. Der Grund ist, der ganze Kram liegt unterm Tisch. Kann doch nicht sein. Ruft er mal den Worf dazu, soll sich das mal angucken, da kann er aber nichts groß entdecken. PK schlägt vor, vielleicht haben wir einen Poltergeist. Was? Einen, 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 sorry, einen kecken Geist oder irgendwie so, ein mischievous Spirit, was heißt mischievous nochmal, einen, 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 einen Geist, der nicht so Gutes im Schilde führt. Ja, ja. Und dann ist Worf tatsächlich das erste Mal in dieser Serie, verliert er so ein bisschen die Geduld mit dem Käpt'n und sagt so, oh echt jetzt, weil das liegt in diesem Sir drin. Ich finde das tatsächlich lustig, also Worf hat einen super, super Tag einfach gerade, ne. Und die beiden kriechen dann auch so unter dem Tisch und suchen den ganzen Kram, aber sie sind sich einig, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier los, Worf will gleich roten Alarm auslösen, nee, nee, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, aber wir sollten, wir sollten das mal im Hinterkopf behalten. Irgendwas ist hier komisch, irgendwas ist einfach komisch. Jetzt, äh, haben wir, ja, ich weiß, Simon, harter Tobak, jetzt haben wir die Szene, wo Data am Malen ist in seinem Quartier, Jenna kommt rein, hat so ein Plexiglas-Moped dabei. Ja, so eine Skulptur, ja, würde Helge Schneider sagen zu dem Ding. Ja. so ein, ja, so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie, so wellenförmig ausgeschnitten, so Kurt Kornmann-Style ist das Ding, nur eben aus, nur aus Plexiglas. Ja, sie schenkt ihm das jetzt, sie will ihm das schenken, er hat sein Quartier, also sie will halt sein Quartier etwas verschönern. Ist ja auch dieses Klischee irgendwie da drin, ja, beim Mann, das ist total zweckmäßig eingerichtet, alles funktional, die Frau ist diejenige, die Dekoration da reinbringt, ja. Am Arsch die Räuber, der malt wie ein Weltmeister, ja, also allein da hat er schon mehr Kunstobjekte als so manch anderer Typ auf der Enterprise und er hat auch eine Katze, die das Ganze so ein bisschen disruptiert und da Leben reinbringt und dann steht da wahrscheinlich so ein Fressnäpfchen rum, also dieses, was da auch so unterstellt wird, dass sein, sein Quartier so spartanisch ist, das stimmt doch gar nicht. Nee, stimmt auch nicht. Deswegen diese ganze Storyline, aber na gut, man will uns hier irgendwie was erzählen, man will, man will uns irgendwas hier einfach an der Stelle erzählen. Sie schenkt ihm jetzt dieses Ding, weißt du, warum mich das erinnert hat? Ich habe früher als Kind gerne diese Zeichenschablonen, habe ich, weißt du? Ja. So sieht das aus, wie eine 3D-Version davon. Sie gibt ihm das, aber Data hört kurz auf zu malen, ja, okay, stellt das dann dahin und malt weiter. Und dann geht sie schon, dreht sich aber auf, kurz bevor sie den Raum verlässt, dreht sie sich nochmal um und sagt, Data, übrigens, ich verrate jetzt mal was aus dem Buch der Liebe, Kapitel 23. Wenn deine Freundin mit einem Geschenk kommt, höre auf mit dem, was du machst und gebe ihr uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ja, gut. Aber du hast doch gesagt, ich soll weiter malen. Aber du hast das gar nicht so gemeint. Nee, habe ich nicht so gemeint. Jetzt haben wir wieder dieses Data-Ding, dass Data das Einmaleins des höflichen Umgangs miteinander lernt. Oder dass Data auch nur einfach auf wörtlicher Ebene funktioniert. Hat sie ja auch vor einer Minute schon gesehen, als sie gesagt hat, ach, jetzt ist die Katze aus dem Sack und Data hat sofort angefangen, Spot zu suchen. Ja, natürlich nimmt er alles wörtlich, das ist doch klar. Wenn sie ihm sagt, kannst du wieder anfangen zu malen, dann macht er das. Aber vielleicht eine wertvolle Lektion für ihn, er kümmert sich jetzt um sie und er hat auch schon Transferleistung. Als er nämlich nach einem guten Platz für die Skulptur des Kurt Kornmann sucht aus der Bildhauer Bränge, da will er das erst in so eine abgelegene Nische stellen, dann schielt er zu ihr und dann merkt er, ach, die ist gar nicht so begeistert, wenn ich das irgendwo sonst wo hinstelle. Nein, auf dem Tisch, mitten auf dem Tisch, im Kornmann, da ist es doch viel besser, weil es ein Geschenk soll man ja auch schön so hinstellen, dass sich jeder sieht. Ja, richtig, richtig, richtig. Also, er ist lernfähig. Er ist lernfähig, genau. Und sie sagt ihm, sie rechnet ihm das auch dann hoch an, sie sagt, Mensch Data, weißt du, mir ist ja nur wichtig, dass du es versuchst. Ob sie das ernst meint, das war ich zu bezweifeln, aber sie sagt sich das so eher zu sich selbst irgendwie. Ja, er ist halt so, versucht es wenigstens. So, du kannst jetzt gerne zu deinem Bild gehen. Und dann, also, wir tun es ja ein bisschen schwer mit der Folge, das habt ihr ja schon gemerkt, aber wir müssen trotzdem mal sagen, wie gut Brent Spiner hier auch wieder ist, ja, jetzt so ganz objektiv, wie er das spielt und so, wie er sich dann umdreht, zum Bild geht, dann stehen bleibt, sich nochmal so zu ihr umdreht, nee, nee, diesmal meine ich es wirklich, du kannst wieder zurückgehen. Ja, malt wieder, sie geht raus und geht weg und während sie so weggeht, sehen wir auf dem Korridor, dass da auf einmal so sich auf unnatürliche An und Weise die Korridorwand öffnet, das Innere preisgibt, diese Schaltkreise, die da drin sind und dann geht es wieder zu. Und das denkt man schon, aha, Beverlys Instrument, was da runtergefallen ist und auch beim Jean lag die ganze Kacke unterm Tisch, da ist ja wohl was im Argen, im Dark Matter Nebula. Da ist was im Argen, ne, Riker holt Picard auf die Brücke, was los? Naja, der Klasse M Planet, der berühmte, der ist jetzt nicht mehr da, der ist weg, gerade eben war er noch hier, jetzt ist er weg, also wir kommen jetzt hier an, jetzt ist er einfach nicht da. Was ist hier los in diesem Nebel? Sensorien kaputt? Nein. Systemdiagnose? Alles in Ordnung. Ja, aber gar nichts ist in Ordnung, denn jetzt geht man ins Besprechungszimmer, Sebastian, und da hat der Poltergeist ja jetzt für richtig Wirbel gesorgt. Der Planet erscheint auch wieder auf einmal überraschend, ne? Ah ja. Das ist auch noch wichtig. Und dann hört man irgendwie, dass sich das Besprechungszimmer dekomprimiert hat, geht da rein und dann ist das gesamte Mobiliar, also der schöne lange Tisch und auch alle Stühle sind so in Richtung eines Fensters geflogen, so als hätte das mal einer aufgemacht und der Atmosphäenausgleich von Vakuum draußen und Atmosphäre drinnen hätte jetzt alles auf dieses eine Fenster zugeblasen und dann Fenster wieder zu. So steht das da. Sieht cool aus. Sieht tatsächlich cool aus, ne? Was ist hier eigentlich los? Das ganze Ding wird gescannt. Data sagt, er kann da noch so elektrische Ströme wahrnehmen. Das Ganze ist wie eine Subraumverzerrung, die hier passiert ist, aber es gibt ja überhaupt kein Subraumfeld, ne? Was ist hier bloß los? Wir müssen schnell eine Erklärung finden, denn das kann ja auch offensichtlich gefährlich werden. Wird's ja auch noch. Richtig. Jetzt aber erstmal Feierabend, Sebastian, wieder. Ja, und jetzt kommt, obwohl wir mitten in der Folge sind, wie ich finde, die letzte Szene für diese Handlung in langer, 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 langer Zeit. Und dann vergisst man auf einmal, dass Jenna und Data existieren. Aber erzählen wir erstmal von dieser Szene. Data hat jetzt zu Herzen genommen, ah, ich weiß, ich muss mich über Beziehungen informieren und jetzt zieht er sich Sachen rein und hat sich auch teilweise die falschen Sachen reingezogen und dreht das so auf elf. Ja, es geht schon los, er kommt rein und sagt so wie, wie man sich das so aus den 50ern vorstellt in Amerika. Schatz, ich bin zu Hause. Honey, I'm home. Hi, ich geb dir ein Küsschen. Ja, Mensch, alles toll. Und jetzt reden die beiden wie so nach dem Job irgendwie. Jenna ist ziemlich fertig, setzt sich auf die Couch, zieht die Schochen aus, ne? Und Data ist halt der aufmerksamste Typ, den man sich vorstellen kann und du hast es gesagt, voll auf elf gedreht, soll ich dir einen Trink holen, Schatz? Äh, ja, ich hätt gern kalamalischen Sherry. Exzellente Wahl. Ich nehme dasselbe. Hey! Zwei Sherrys bitte. Möchtest du noch ein etwas Dinner dazu haben? Weiß nicht. Und er ist auch so super, er ist fast schon so ein bisschen wie Loa in seiner, wie er so ein bisschen so schmierig auch ist. Ja, zwei Sherrys. Und noch ein bisschen was Leckeres zu knabbern für uns beiden vielleicht. Wirkt schon fast sardonisch übertrieben, wie er das hier so macht. Ja. Und ja, 50er Jahre stimmt, da hat man ja auch erst mal, wenn man nach Hause gekommen ist, einen Schnaps getrunken, ne? Schon, ja. Würdest du heute nicht mehr dran denken, wenn du um 17 Uhr nach Hause kommst, erst mal, gibst du erst mal für deine Frau und ich einen Sherry ein. Ja, vor allem. In gewissen Branchen hast du ja schon eine Flasche Schnaps getrunken, ne? Bis zu dem Zeitpunkt. Ist richtig, ja. Zum Mittagessen und all sowas, ja. Zum Glück hat sich die Zeit verändert. Ja, ist so ein bisschen Madman-mäßig, was wir jetzt hier sehen. Ja, 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 genau. Ja, das ist ein guter Vergleich tatsächlich, ne? Ja, Data ist halt in dieser Übertriebenheit von diesem aufmerksamen Ehemann, von dieser Rolle, die er da spielt, ist er halt komplett künstlich, noch künstlicher, als er es eigentlich ja schon ist, überfährt Jenna völlig mit diesem Verhalten und ist auch eben ein ganz anderer Data, eben nicht der Data, den sie ja so anziehend fand, ne? Er ist ja viel präsenter und auch viel fordernder jetzt. Oh ja, gar nicht der harmlose Data. Nee, nicht dieses zurückhaltende, sondern eben dieses sehr präsente, das wir jetzt hier sehen. Schon am Anfang, wo er sie so umschmeichelt, ist er so leicht creepy, schleimig schon und dann räumt er auf und sich hinterfragt, was das so ist. Du benimmst dich ja reichlich merkwürdig und dann schlägt das auch direkt so um, weil er hat auch was vom Streit gelesen. Aha, vielleicht ist mit dir was falsch, nicht mit mir. Das war lustig. Du bist nicht meine Mutter. Du bist nicht. Das fand ich gleichzeitig lustig und Jenna tat mir leid und es war eine tolle Szene. Und Data tat mir auch leid. Das ist auch ein Aspekt, der da reinspielt. Tolle Szene, ja. Und die sagt, das ist auch sehr gut geschrieben. Das ist natürlich irgendwie, was die Folge hier uns zeigt, ist so das Einmaleins der Beziehungen irgendwie so. Das ist, finde ich jetzt eher so ein bisschen Kinderprogramm. Aber Data ist ja ein Kind in der Beziehung und Data ist völlig überfordert mit der Situation. Ja. Er ist völlig überfordert. Er weiß nicht, was Jenna meint, wenn sie sagt, ich will eine natürliche Person haben, eine authentische Person, die ist, wie sie ist. Data versteht überhaupt nicht, was damit gemeint ist, ja. Data versucht hier, einer Rolle zu entsprechen, von der er gelesen hat. Diese Gefühlsdimension versteht er überhaupt nicht, ne. Und dieser Streit ist super. Wie er dann völlig unschuldig saß, sagt als Jenna da so, was ist denn jetzt mit dir los? Und er sagt dann, ach, möchtest du nicht unseren liebhabenden Streit weiterführen? Das kann auch mal, also am Ende, das ist doch auch mal gut, die Luft ist so ein bisschen gereinigt und dann ist man auch am Ende ein bisschen schlauer als vorher. Ja, aber Data, nee, komm, das ist alles so ein bisschen sehr, sehr gezwungen. Das bist einfach nicht du. Und er sagt halt auch einfach, ja, aber es gibt doch in dem Sinne kein richtiges Mich. Doch, gibt es schon, Data. Gibt es schon, ne. Aber er versucht sich das ja jetzt halt so zusammen zu glauben, aus Mad Men, wie wir schon gesagt haben. Das hat er bestimmt geguckt in der Vorbereitung. Naja, statt dass Jenna sagt, übt das nochmal, küssen sie jetzt einfach. Das ist auch jetzt keine gute Lösung, aber sie küssen einfach. Ja, ja, sie küssen einfach und dann hören sie auf zu küssen und dann guckt Jenna ihn an und fragt ihn ja, woran hast du gerade gedacht? Und dann sagt Data, ja, was sagt er da? Ja, ich habe Warpfeld-Parameter berechnet, ich habe die gesammelten Werke von Charles Dickens analysiert, ich habe überlegt, wie viel Druck ich auf deine Lippen ausüben kann und ich habe überlegt, was ich auch Spot als nächstes zu essen geben könnte. Das ist eine Menge, aber Jennas Lippen kamen drin vor und sie sagt auch so ein bisschen resigniert, naja, immerhin war ich auch irgendwo da drin. Naja. Ja, Sebastian, aber an der Stelle frage ich mich halt, was zum Teufel erwartet Jenna eigentlich? Ja. Es ist eben Data. Es ist eben Data, ne? Es ist eben Data und ich meine, sie versteht das ja jetzt auch in dieser Episode, die wir jetzt hier gesehen haben von dieser Beziehung, aber jetzt hast du recht, jetzt verlassen wir die beiden erst mal, denn jetzt müssen wir nochmal hier den B-Plot, Sebastian, den müssen wir jetzt auf 11 drehen, ja? Da müssen wir jetzt richtig Gas geben. Ja, das ist so verrückt, weil dieser B-Plot jetzt komplett aufgemacht wird und auch aufgelöst, ohne dass wir zum A-Plot zurückkehren. so richtig, ja? Das finde ich von der Struktur der Episode her merkwürdig. Ja. Ja, wir sind auf der Brücke, es passieren wieder Sachen und irgendwo gehen jetzt Dinge auf oder werden durchlässig, die nicht aufgehen sollten oder die auch nicht durchlässig sein sollten. Also schnell mal hier rausfliegen, ist ja nicht so gut hier. Ja, da macht es irgendwie Bums auf Deck 37, da ist was explodiert. Dann im Maschinenraum ist irgendwas los, ne? Um Himmels Willen, da ist so eine, so eine kryogenische Kontrolleinheit ist da in die Luft geflogen. Ach du Schande, wir haben Deformationen im Schiff. Jetzt geht es auf einmal richtig rund, ne? Laforge läuft los mit zwei seines Teams und dann, Sebastian, gehen die so um die Ecke und dann hören wir auf einmal einen markerschütternden Schrei. Was war das? Ja, und dann sehen wir was, was man so nicht erwartet hätte in dieser Folge. Jetzt sind wir auf einmal in Horror-Territory, weil die glücklose Van Meyter, die auch scannen sollte, ist durch ein Loch im Boden gefallen, was sich dann, als sie so halb da durch war, wieder geschlossen hat. Und dann, weiß ich nicht, ihre inneren Organe zerquetscht hat. Aus ihrem Nasenloch läuft so ein bisschen Blut, aber im Endeffekt steckt da eine halbe Frau im Boden und man denkt sich, wie grauenhaft, was müssen das für Schmerzen sein? Um Gottes Willen, was für eine schreckliche Vorstellung. Welche arme Sau muss das hinterher sauber machen auf der Enterprise? Und wow, was ist das aber auch für ein starkes Horrorbild irgendwie, was uns auf einmal hier serviert wird. Absolut krass, finde ich. Also dann, du bist halt in dieser, ja doch, recht harmlosen Love Story, bist du irgendwie drin so, und dann siehst du dieses Bild und ich finde das eine der schlimmsten Tode überhaupt in Next Generation, den wir hier sehen. Irre. Krass, ne? Also echt ein, ich kann mir auch vorstellen, wenn das ein sehr, sehr junger Mensch sieht, wir den dieses Bild ein wenig begleiten, noch über die Folge hinaus. Ja. Ja, Sebastian, das Problem ist jetzt, er hat tödliche Ausmaße angenommen, ne? Wir müssen also aus diesem Nebel raus. Das wird jetzt noch mal kurz besprochen im Besprechungszimmer, da wurde wieder ein bisschen aufgeräumt. Ja, es ist halt so, dass diese dunkle Materie, von der wir gesprochen haben, die sorgt für so Deformationen und das Schiff verschwindet dann aus dem normalen Raum. Ja. Da wird der Raum irgendwie gebrochen und dann passieren diese Anomalien. All das wird uns mit einer PowerPoint erklärt, die Data vorbereitet hat und der zeigt auch, wie die Enterprise sich da so durchbewegt und dann sind da diese Sachen, die quasi die Materie durchlässig machen. Und es hat mich ein bisschen gewundert, dass niemand die Eisberganalogie gebracht hat, weil ein bisschen so ist das, ne? Die Enterprise ist jetzt in so einem Eisbergmeer gefangen, muss da irgendwie raus, darfst da nicht drankommen, weil ist scheiße für das Schiff, ja, kann katastrophal enden. Gutes Bild, ne? Also man muss jetzt aus, man darf nicht mit diesen Deformationen kollidieren. Ja. Man muss sich da so rauswinden, so wie in einem Geschicklichkeitsspiel. Ja. Problem ist, das geht nicht so einfach, weil die Enterprise ist halt groß und auch träge und behäbig. Die kann nicht so schnell reagieren auf diese Anomalien. Deswegen hat Riker die Idee, komm, wir nehmen einfach einen Shuttle, ja? Mit einem Shuttle, das kann vor der Enterprise fliegen, das sieht diese Anomalien, kann denen schnell ausweichen, warnt dann die Enterprise, ne? Die Enterprise fliegt quasi so im Schlepptau und die hat dann Zeit, diese Kurskorrekturen vorzunehmen. Guter Plan. Guter Plan. Es ist tatsächlich sogar so, dass das Shuttle komplett die Navigation der Enterprise über den Shuttle-Computer mitsteuert und das dann da so durchzieht. Das ist ein guter Plan. Was ich für einen merkwürdigen Plan halte, ist die Auswahl des Piloten und die Begründung, warum der der Pilot jetzt ist. Ja. Eigentlich naheliegend Riker. Wir wissen, es ist ein guter Pilot. Geordi könnte es machen. Data könnte es machen. Ja, Data. Data würde sogar sehr, sehr, würde sogar total Sinn machen, ne? Ach, hätte man das doch mal gemacht, ne? Hätte man eine ganz andere Dimension in diese Love-Story bringen können. Ja. Aber nee, der Chef selbst will fliegen. Ich mach das. Riker sagt natürlich, nee, du machst das nicht, weil dir kann da was passieren und wir brauchen dich in dieser Situation. Und dann kommt Picard mit der, mit einem Argument, Sebastian. Was sagt der Picard? Mit einem Argument, dass keins ist einfach. Er sagt, nee, also wenn ich das mache, ist das, haben wir die besten Chancen? Nein. Und es ist mein Schiff. Ich muss es tun. So ein Kirk-Argument eigentlich. Ja. Kein Picard-Argument. Aber ein sehr verkürztes Kirk-Argument. Schon. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und, also ich, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich ins Blaue hineingeraten, aber vielleicht stand im Drehbuch jemand anders und der Patrick Stewart als Regisseur der Folge hat gesagt, nee, die Action-Sequenz will ich machen. Genau das habe ich auch gedacht. Genau das habe ich auch gedacht. Der Käpt'n sitzt immer nur da rum und erzählt schlau, ich will jetzt hier mal da Shuttle fliegen, wenn ich schon Regie habe. Ja, genau das habe ich auch vermutet. Dabei stimmt das gar nicht in der vierten Staffel. Picard hat viel gemacht in der vierten Staffel. Ja, nee, aber es ist ein bisschen so, wie Patrick Stewart auch später in Nemesis erzwungen hat, dass er diesen komischen Jeep da, Buggy da fährt. Passt überhaupt nicht zum Charakter, ja. Genau so kommt das rüber hier. Naja. Ja, ist schon ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ja. Und jetzt kommen lange, lange Passagen, wo ich einfach, wo man einfach fast schon drüber scrollen kann. Ja. Wenn man sich denkt, hat Joe Manowski geschrieben, hat alles Joe Manowski geschrieben, ist komplett Manowski, einfach nur technische Vorgänge. Ja. Während er da so rumfliegt. Er spielt halt PC im Grunde. Er guckt auf so einen kleinen Bildschirm und dann sieht man da, wie diese Anomalien dran vorbeifliegen. Das klappt auch alles ganz gut. Irgendwann klappt es nicht mehr gut. Der Shuttle kann das dann irgendwie nicht selber steuern, kollidiert dann selbst, geht kaputt. So. Weil so ein Riesenmoped direkt vor dem Picardern auftaucht. Ja, vor Picards Shuttle. Er kann sich nicht wehren, fliegt da direkt rein. Da gibt es noch so eine halb spannende Szene. Oh, können wir den Käpt'n da noch rausbeamen? O'Brien erst mal, nee, ich kriege ihn nicht. Und dann kriegt er ihn irgendwie doch. Ach, zum Glück, ich habe es rausgeschafft. Und jetzt geben sie Gas und fliegen sie hier raus. Und das haben wir jetzt viel schneller erzählt als die Data-Szenen. Aber diese ganze Sache von Data verhält sich creepy bis jetzt die letzte Szene mit Data und Jenna. Ich glaube, das waren irgendwie zwölf, dreizehn Minuten. nur dieser andere Plot. Und das ist strukturell für mich bedenklich, was die Erzählung der Geschichte angeht. Das eine wird völlig ausgebremst. Das ist richtig, ja. Naja. Aber jetzt die letzte Szene. Ja, es klappt. Data lädt zum Abendessen ein in sein Quartier. Jetzt hat er alles richtig schön eingerichtet, ja. Überall hängen irgendwelche Sachen rum. Das Licht ist toll. Jenna kommt vorbei. Der hat sich auch richtig schön gemacht. Ich dachte, das ist jetzt so eine romantische Szene. Aber nee, Jenna ist da, um Schluss zu machen, Sebastian. Wir sehen sie das erste Mal in Zivilklamotten. Die ganze Romanze bisher war Jenna in Uniform. Das stimmt, ja. Und jetzt hat es in ihrem Kopf irgendwie Klick gemacht und sie hat einen Entschluss gefasst. Sie muss ihr Leben verändern und das wirkt sich auch irgendwie aufs Äußere aus. Die Uniform ist weg und sie hat ganz andere Klamotten an. Das finde ich interessant, wie man uns das jetzt hier so erzählt. Visuell. Ja, stimmt. Sie ist eben jetzt, sie hat ihre Persönlichkeit jetzt quasi wieder so gefunden. Ja. Und jetzt kommt auch dieses, Sebastian, da hast du völlig recht, das habe ich am Anfang der Folge komplett irgendwie ausgeblendet. Jetzt kommt natürlich dieser Erkenntnisgewinn von Jenna hier ins Spiel. Denn sie sagt zu Data, der das Ganze für, ja, jetzt kommen wir gleich uns hinsetzen, soll ich dir jetzt Essen servieren? Sie sagt, ich habe was gemerkt und zwar, dass ich blind denselben Fehler mache, den ich vorher gemacht habe. Und zwei Sachen sind ihr da aufgefallen. Nämlich zum einen, Jeff war ein emotional unerreichbarer Mann, ihr Ex, und jetzt hat sie sich in eine Beziehung gestürzt mit einem, der Emotionen noch nicht mal empfinden kann. Und das Einzige, was sie dazu überredet hat, eher ist, dass er nett war und aufmerksam war. Das waren die Sachen, die Jeff nicht war. und sie hat geglaubt, das ist ja jetzt genug für eine Beziehung. Nein, ist es ihr nämlich nicht, hat sie gemerkt, denn sie hat keine Möglichkeit, in Data irgendeine emotionale Reaktion auszulösen. Sie kann ihn nicht glücklich machen, er kann nicht traurig werden, ihretwegen. Sie kann ihn nicht berühren, ja. Das reicht ihr einfach nicht, ja. Sie braucht eben diese emotionale, menschliche Komponente, die Data ihr nicht geben kann. Und Data hört das alles und Data versteht es nicht, immer noch nicht. Ach so, heißt das jetzt, dass du gehst oder dass du bleibst? Nee, sagt sie, das heißt, ich gehe jetzt. Ja, okay. Ja, hast ja recht, ich kann auch, habe ich wohl ein bisschen zu hoch gegriffen jetzt hier, kann ich nicht leisten, was du sagst. Hast du recht? Dann gehst du jetzt und ich lösche das Programm bis später. Und Data beendet diese Subroutine und kann sich natürlich, weil er ein Androide ist, sofort auf was ganz anderes einlassen. Also er ist nicht traurig, dann springt ihm seine Katze auf den Schoß, ach hallo Katze, ja, ja, jetzt gucken wir mit dir mal weiter. Und Jenna geht raus und hat aber was, sie hat was über sich selbst gelernt, nämlich was sie eigentlich braucht und was sie gerade nicht braucht und was vielleicht nur eine Kurzschlussreaktion ist, um irgendwie Schutz zu suchen. Ja, die ist gewachsen. Aber Simon, ich sage, obwohl wir am Ende einen Data sehen, der irgendwie so, ach so, ja, okay, der hat auch was gelernt, sage ich. Meinst du etwa, also für mich wirkt das so, als hätte Data gelernt, dass er keine Beziehung kann? Ich würde es vielleicht nicht so pessimistisch sagen. Ich würde sagen, Data hat gelernt, dass er keine traditionell menschliche Beziehung führen kann. Dass, wenn er eine Beziehung irgendwann mal haben sollte, eine romantische, die irgendwie anders sein muss, die irgendwie für ihn geeigneter sein sollte, dass er sich nicht verstellen muss oder Subroutinen schreiben muss, sondern da auch, genauso wie Jenner ja jetzt ihren Weg findet, dann seinen Weg finden muss. Das ist eine optimistischere Sicht auf die Dinge, die du da hast. Ich habe am Anfang, erst habe ich gesagt, die Episode zieht mir tatsächlich ein wenig den Boden unter den Füßen weg, was meine Vermutung angeht, dass Data fühlen kann. Weil diese Episode zeigt Data, also fühlen kann, ohne zu wissen, dass es Gefühle sind. Und gerade, wenn du das vergleichst mit Offspring oder Measure of a Man, wie Data sich da verhält, wirkt das, was Data in diesen Folgen macht, zwar auch sehr androidenhaft, aber irgendwie natürlicher, während Data hier gezeichnet wird als ein Imitator, als eine Puppe tatsächlich von menschlichen Emotionen. Das geht schon beim Kulturabend los mit den O'Briens, also mit diesem Zuzwinkern. Das geht weiter über diese ganzen Beziehungsszenen, wo Data einfach imitiert und kein einziges Anzeichen mir gibt davon, dass Data in irgendeiner Form versteht, was ... Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Das Bild von Tascha. Das Bild von Tascha, was er hat, passt überhaupt nicht zu dem Data, den wir hier sehen. Das Bild von Tascha zeigt, da ist noch irgendwo mehr. Weil das ist komplett unlogisch, dass er so ein Bild hat. Das sieht ja auch keiner in dem Sinne. Und er hat es trotzdem. Und das gibt mir mehr Hoffnung für Datas Menschwerdung, um das jetzt mal so zu nennen, oder seinem Verständnis davon, als das hier. Das hier ist eine Folge, und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, die uns noch mal ganz klar zeigt, der Typ ist anders. Der Typ ist auch anders. Und du hast recht, wir haben ihn auch schon anders gesehen. Für mich war jetzt nicht so sehr der Tascha-Kristall die Frage, sondern das Ende von The Offspring, wo er Lals Erinnerungen in sich lädt und auch den Eindruck macht, dass er nie wieder derselbe sein wird, jetzt, wo er diese Erfahrung hat. Ja, dazugelernt hat. Das ist noch ein besseres Beispiel. Richtig, völlig besseres Beispiel. Dass das sein Wesen und sein mechanisches Herz irgendwie angefüllt hat mit irgendwas, was vorher nicht da war. Und wenn das hier passiert ist, auch, dann ist es sehr, sehr unsichtbar und passiert nur als so ein Programm irgendwo tief in ihm drin, ohne dass er es nach außen trägt. Ich finde trotzdem in dieser letzten Szene, was schön ist, während Data da so sitzt, er sitzt ja erst mal da. Ja. Er könnte ja auch aufstehen jetzt, weil Dinner ist vorbei. Aber dann kommt Spot, springt ihm auf den, aufs Knie und er fängt dann an, die Katze so zu streicheln. Und jetzt könntest du natürlich sagen, Mensch, da ist ja auch schon wieder so eine menschliche Regelung drin. Ja. So, ne. Aber vielleicht ist es auch wieder eine Imitierung. Vielleicht macht er das, weil sein Programm ihm halt irgendwie sagt. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie diese Folge am Ende so von einem Extrem ins andere geht und so und sich trotzdem irgendwie ratlos zurücklässt. Ich glaube, ich finde das eher gut, dass Data mal so gezeigt wird, ja. Und dass man diese romantisierende Vorstellung des Androiden mal ein bisschen dekonstruiert hier. Ja, ich mag das auch. Ich mag an The Offspring, dass es mich am Ende total rührt. Ja. Und so eine emotionale Hache, er hat ja doch Gefühle mitgibt. Und ich mag auch, dass das hier komplett ambivalent ist, dass du selbst da reinlesen kannst, wie viel oder wie wenig ist mit Data da jetzt passiert. Der lässt sich ja überhaupt nicht in die Karten blicken. Nee. Auf der Oberfläche sagt es, ist es nichts passiert. Aber es bietet dir auch an, mehr da reinzulesen. Das stimmt, ja. Ja. Wohingegen The Offspring nur eins sagt. Es hat was mit Data gemacht. Punkt. Auf jeden Fall. Es hat was mit Data gemacht, ja. Und auch wie Measure of a Man sagt das. Ja. Dass Data eben mehr ist. Also von daher spannende Herangehensweise einfach an dieses Thema. Die hätte so viel besser sein können. Naja. Aber ich finde so, wenn man sich das alles so anschaut, dass man am Ende dann da sitzt und denkt, das war jetzt geschickt geschrieben. Also dieser Teil der Folge. Ja, das finde ich auch. Man hat auch, es beschreibt auch so einen schönen Arc, ja. So diese Annäherung am Anfang und dann so total ungelenk. Und dann macht er die Fehler und überlegt sich, wie könnte er mal besser werden. Dann schießt er über das Ziel hinaus und dann versteht Jenna, dass das so nicht sein sollte. Und es muss ja keine Happy Verlauf einer Geschichte sein, einfach mal in Star Trek eine Beziehung zu zeigen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das ist ja auch mal eine interessante Geschichte. Ja. Dass man sich einfach unter Sofortzeichen begegnet, die nicht klappen können. Und am Ende ist das Fazit davon, ja, kann es eben halt auch nicht. Ja. Das macht eine Folge nicht schlecht, finde ich. Und das sagt echt viel über das Miteinander von Menschen und Androiden einfach. Absolut, ja. Ich fände es auch. Auch über den Androiden, Entschuldigung, dass ich dir jetzt noch so reingehe, auch über den Androiden als Projektionsfläche der Menschen. Denn Jenna projiziert etwas in ihn herein, was wir auch, ich bin jetzt wieder am Ende von The Offspring, mit seiner Tochter, die gestorben ist, wo wir auch in Data sowas rein projiziert haben. Und dann sagt es aber hinterher, ist aber vielleicht gar nicht so. Ja. Und das ist super interessant. Ja. Starkes Charakter. Also das ist wirklich das, was sie immer meinen mit, wir müssen die Geschichten erzählen, die aus den Charakteren herauskommen. Und das war ein exzellentes Beispiel dafür. Übrigens, gut, Androide könnte ja, hätte ja auch ein gefühlskalter Mensch oder sowas sein können. Auch wieder eine dieser Storys, die den Sci-Fi-Aspekt nicht unbedingt gebraucht hätten. Was eine exzellente Überleitung zu meinem Fazit wäre, Sebastian, wenn du erlaubst. Take it away, Gengis. Ja, also das war eine der echt schwersten Folgen, die zu besprechen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt so wirklich, die wir bisher hatten. Aber ich fand es gut, mir das nochmal alles erarbeitet zu haben. Ich bin jetzt auch ganz fasziniert davon, wie ich Jenna so am Anfang der Folge noch anders interpretiert habe, wie ich sie jetzt am Ende interpretiert habe, obwohl ich die Folge schon vorher gesehen habe. Interessant. Wir haben jetzt viel zu der Data-Love-Story gesagt, der Data-Jenner-Love-Story. Das möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, ein interessanter Aspekt von Data, der eben für mich ganz deutlich auch sagt, die Reise von Data ist erst am Anfang. Es klingt auch alles so nach Daumen hoch, aber den kann ich nicht geben, weil diese B-Story, die wirkt so dermaßen aufgesetzt und dann ist das Timing kaputt, dann ist der Rhythmus kaputt. Du hast das am Ende wunderschön herausgearbeitet, wo wir die Love-Story verlassen haben und dann erstmal dann ewig lang diese komischen Szenen hatten mit diesem seltsamen, ich bin normalerweise liebe ich solche Horror-Szenen, hier war es irgendwie seltsam deplatziert, einfach nur. Dann der, also finde ich ärgerliche Entscheidung, dass Patrick Stewart da diese Shuttle fliegt, was einen so komplett rausreißt aus der Folge, weil es logisch überhaupt nicht erklärbar ist. Das hat mir das verleidet, tatsächlich. Und deswegen, gebe ich den Daumen quer. Jetzt bist du dran. Brennan Braga sagt es für mich am besten, als er sagte nach dieser Folge, ich wollte mehr von Data sehen. Die andere Geschichte interessierte mich überhaupt nicht. Das Zitat von Brennan geht weiter. Nette Bilder mit der Frau im Fußboden, aber mehr nicht. Eigentlich wollte ich nur zurück zur Data-Handlung. Ja, geht mir genauso. Das hätte auch noch mehr Raum haben können. Die Data-Handlung mit Jenna ist sehr gut gespielt, sehr gut geschrieben. Erzählt eine realistisch verfahrene Beziehungsgeschichte, wie ich sie so in Star Trek noch nicht erwartet habe. Und gibt uns auch eine erfrischende Ambivalenz mit auf den Weg, wo Star Trek am Ende sonst recht klar einfach ist. Es ist oft einfach ganz klar, was wir von dem halten sollen, was dort passiert ist. auch wenn wir in unseren Trek am Dienstag Rezensionen oft schon was anderes davon gehalten haben, weil wir gesagt haben, die Geschichte hat es uns nicht, hatte was anderes vor, als bei uns am Ende angekommen ist. Siehe The Host vor zwei Wochen. Aber das weiß ich so sehr zu schätzen. Diesen Realismus und Ambivalenz weiß ich so sehr zu schätzen, dass ich und Simon jetzt kommt's ihnen die vermurkste Behandlung verzeihe sogar und den Daumen nach oben gebe, zwar nicht uneingeschränkt, weil da war diese Behandlung, aber ich habe an dem Rest so viel Gedanken und Gefühle gehabt, dass ich die Behandlung verzeihen kann und ein ganz knapper Daumen von mir nach oben geht für in Theory. So. Schön. Schönes Fazit. Das lange mal wieder, wo wir auch unterschiedlich werden, glaube ich, seit langem mal wieder das Erste. Ja, in Theory, Sebastian. In Theory. Das war ja jetzt schon wieder die vorletzte Folge der vierten Staffel, durch die wir gepflügt sind, meinem Gefühl nach, wie durch nix. Also die dritte Staffel verging ja schon wie im Flug, aber die vierte Staffel, wir haben doch gerade erst Family gemacht und das war die zweite Folge. Simon, wo ist die, wo ist die Zeit geblieben? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es ging rasend schnell und du sagst es, nächste Woche wartet auf uns schon das Staffelfinale, das hat es in sich. Ihr Lieben da draußen, Sebastian, welche Story besprechen wir nächste Woche, den ersten Teil dieser Story, weil es ist nämlich ein Cliffhanger, der da auf uns wartet, mal wieder. Diese Episode heißt Redemption, der Kampf um das Klingonische Reich, Teil 1. Nächste Woche für euch auf diesem Sender hier. Genau, wenn ihr denn mögt. Wenn ihr nach heute noch mögt, genau. Wenn ihr nach heute noch mögt. Ihr Lieben, es war mir ein Fest, trotz allem war es mir ein Fest, mit dir über In Theory zu sprechen. Vor mir auf nächste Woche, ich glaube, das wird uns ein wenig leichter fallen, der Kampf um das Klingonische Reich, Super Story, ja, bringt auch vieles zu einer, nicht zum Ende, aber es fängt Kulmination mit Kulmination ist das richtige Wort. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet nächste Woche Dienstag ein, denkt an den Sonntag, wenn ihr nicht live dabei seid, tatsächlich, bei unserem Geburtstagsfest. Ansonsten schreibt uns bitte eure Meinung zu In Theory. Das würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr darüber denkt, über Data's Journey, wie die hier verläuft, bei uns im Blog trackanddienstag.de. Ansonsten bitte bewerten, unterstützen, ihr kennt das alles und ich lehne mich jetzt hin. Ich muss mich jetzt auch erst füttern mit Essen und dann hinlegen. Simon, ich kann das nur sagen, auch noch mal Dito, anstrengend, aber gut. Anstrengend, aber gut, ja, und vielen Dank dir für dieses Gespräch und euch fürs Zuhören. Auf Wiederschauen, bis nächste Woche. Ciao. Eine Track am Dienstag 2021 Produktion.